Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir haben a Season Premiere von Monday Night Raw, was immer das bedeutet. Ich weiß es bis heute nicht, ihr wisst es vielleicht, die in Amerika wissen es garantiert nicht, aber was soll's, wir haben Spaß an der Freude. Und deswegen sitzen wir jetzt hier, letzte Woche habe ich ja mit dem T-Jour so ein bisschen rumgequasselt. Wir haben so ein bisschen, die Vertrag nicht zugesichert, in fünf Minuten ein bisschen ausgekostet, auch vor dem 30. Was soll's, heute machen wir natürlich knallhart. Der Virgil ist zurück, also knallhart, nachgefragt, Virgil, wir müssen über Raw reden, lass doch direkt anfangen, oder hast du was dagegen? Wir können alles machen, was du möchtest, du bist der Moderator dieser lustigen Runde. Ach so geht das, gut, dass mir das mal einer erklärt. Nee, dann machen wir vertraglich zugesicherte fünf Minuten, also wenn du so fragst. Virgil, wir können mal anfangen, ich hab ein tolles Thema, ich hab mir was Gutes ausgedacht, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Nee, welcher Tag ist denn heute, Marcel? Es ist heute der Tausche-Ideen-Austag. Ich weiß, dass dich das komplett jetzt überfordert, weil du hast jetzt bestimmt keine Idee für mich, ne? Jetzt so spontan nicht, ne? Hast du eine? Ich hab eine verdammt gute Idee, ich hab so eine reine Weltidee, die hab ich schon länger. Ich verbreite die jetzt und hoffe, dass irgendjemand das macht, weil ich glaube, da ist Potenzial drin. Also ihr könntet Milliardär, so Weber-Milliardär wären im Internet. Weil ich hab eine voll gute Weltidee für eine Internetseite, die ich gerne mal hätte, die ich noch nie gefunden hab. Und zwar möchte ich eine Internetseite haben, wo ich nachgucken kann, welchen prominenten Menschen ich bereits überlebt habe. Das ist mir mal irgendwann so gekommen, vielleicht war wir im Spiel, ich weiß es nicht. Aber ich hab mir so überlegt, dann gucke ich so nach, dann schreibe ich so mein Datum rein und dann sagt die Website, ach guck mal, zu deinem Zeitpunkt ist schon der und der gestorben oder so. Dann kannst du so Milestones machen irgendwie, dann hast du so einen James Dean oder so schon hinter dir. Irgendwann, wenn du ganz gut hochgespielt bist, hast du dann so ein Juppie-Hestas oder so. Kannst ja mal nachgucken. Oder willst du vielleicht auch Notifikationen oder so. Kannst du so Push-Nachrichten machen. Ey, herzlichen Glückwunsch, der, weiß ich nicht, so und so hier ist nicht älter geworden, als du heute bist. Und dann hast du auch direkt eine Motivation, weiterzuleben. Ich finde, das ist eine Weltidee. Aber das ist doch ein bisschen unfair, wenn du sagst, ich hab jemanden überlebt, der gestorben ist, bevor du überhaupt geboren worden bist, im Sinne von James Dean. Ja, der hätte ja älter werden können. Ich hatte keinen Einfluss drauf. Aber guck mal, du kannst das auch in eine ganz traurige Richtung machen. Und zwar sollte dir die Webseite nur Leute anzeigen, die ungefähr so alt sind wie du, also im selben Jahr geboren sind, aber schon tot sind. Das heißt, da hast du ja gewonnen. Weißt du, was ich meine? Ja, hab ich gewonnen. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen traurig, wenn man weiß, dass die jetzt schon, also eigentlich vielleicht andersrum, so als Motivation. Also jetzt könnte ich nochmal. Wie gesagt, das ist ja nur eine Idee. Es ist der Tausch-Ideentag heute, deswegen hab ich die Idee. Wenn das eine umsetzen will, dann bitte einfach nur unten in die Coffee-Ride zu schreiben. Hier, Powered by Weber oder so, dass ich dann Bescheid weiß. Ansonsten könnt ihr die Milliarden gerne einstreichen. Ich hab auch eine Idee. Pass auf, wir tauschen jetzt Ideen aus. Meine Idee ist, die hab ich schon länger, aber ich teile sie mit dir und der Welt jetzt. Wir brauchen eine Webseite. Stell dir vor, eine Webseite, wo du alle Schulen, Wrestling-Schulen, die es in Wrestling-Deutschland gibt, findest. Auf einen Blick, so auf einer Landkarte, vielleicht die nächsten Shows, die stattfinden. Vielleicht sogar mit, welche Kader da angezeigt werden. So eine Übersichtsseite über Wrestling-Deutschland, das fände ich, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ja, das wäre ja praxisnah sogar. Ja, eben. Ich könnte ja Input liefern, ich kann doch nicht programmieren. Kannst du programmieren? Ein bisschen, aber auch nicht viel. Aber du könntest ja in die Kommentare, also unten Copyright and Powered by Virgil, könnte man dann reinschreiben. Oder gibst du die Idee nicht ab? Kannst ja auch sein, du kannst ja jetzt auch geistiges Eigentum dran kleben und so, ne? So Markenschutz oder irgendwas. Ja, das brauche ich ja nicht. Das Gute ist ja, es ist ja im Internet und es ist ja ein Timestamp dran. Und jeder weiß, dass wir das heute am 10. September 2024 um 20.17 Uhr aufnehmen. Stimmt, ich will das doch nicht, dass ihr meine Weltidee kopiert. Also wenn ihr das macht, dann möchte ich die Hälfte davon abhaben. Ja, finde ich auch. Weil es ist ja im Internet, es ist ja stimmt, es ist ja nachweisbar, dass das meine Idee war. Ja, na gut. Haben wir das auch geklärt? Wir sind immer noch nicht bei Raw, wir haben immer noch fünf Minuten Zeit. Wir möchten über das Sommerquiz reden, mein lieber Virgil. Es ist heute gerade das letzte Viertelfinale jetzt in diesem Augenblick erschienen. Wir wissen noch gar nicht viel weiter. Also wir wissen schon, aber wir sagen es noch nicht, weil es ist ja wie gesagt gerade eben erst, ne? Es war mega spannend. Wir haben Vierviertelfinals jetzt schon durch, ne? Und da haben alle gekämpft. Du hast gegen den Steini gekämpft. Meine Fresse. Meine Fresse, Virgil. Du darfst nichts sagen, aber hattest du Spaß? Ich hatte nicht nur Spaß, sondern es war einfach auch wirklich, wirklich interessant, wieso das unterschiedliche Wissen von den beiden Personen abgerufen worden ist. Sagen wir mal so, egal wie es ausgegangen ist, ich bin jederzeit bereit für eine Wiederholung dieses Duells. Also komm her. Ja, nächstes Jahr vielleicht, ne? Also der Sommerquiz nächstes Jahr wird es ja auch geben. Na, das ist wunderbar. Also ihr könnt das auf dem Spotfire-Stream-Highlights-Kanal anschauen. Das ist ja auf diesem Hauptkanal. Links wird unten irgendwo in der Beschreibung sein. Dann klickt ihr da drauf, könnt ihr euch die alle angucken. Ansonsten live dabei ist natürlich noch besser. Wir haben vorgestern unseren Twitch-Rekord Allzeit-Rekord gebrochen. So viele Zuschauer waren noch nie da. Dankeschön dafür. Und ich glaube, die meisten waren noch ziemlich happy mit dem, was wir geboten haben. Insofern guckt euch das an, schaut, wer weiterkommt. Die Halbfinance, muss ich sagen, haben wir kurzfristig umgeplant. Also es ist ja so ein Mega-Erfolg. Also nach diesem Erfolg wollten wir nicht länger warten. Wir haben das ein bisschen vorgezogen. Mittwoch ein Halbfinale, Donnerstag ein anderes Halbfinale. Die Teilnehmer seht ihr auf Twitter. Könnt ihr einfach nachgucken, dann könnt ihr euch spoilern lassen. Ansonsten Mittwoch, 20 Uhr, Donnerstag, 19 Uhr, twitch.tv-spotfire.de. Das wird mega geil und spannend werden. Und das Finale dann vermutlich am Montag, wenn ich das richtig verstanden habe. Sommerquiz. So, dann habe ich noch was anderes. TJ und Mac, die haben so einen heimlichen Pro-Talk gemacht. Im Zuge von Raw vs. Nitro für alle Kanalmitglieder und Patrons. Unterstützt uns da gerne. Wenn ihr da draufklickt, ihr denkt, das ist ein Raw vs. Nitro. Äh, äh, ist ein Pro-Talk. Wenn ihr draufklickt, das ist ein Pro-Talk. Äh, äh, ist Raw vs. Nitro. Völlig verwirrt. Aber auf alle Fälle sehr guter Content. Warum der Virtual jetzt gerade nicht sagt, der Virtual ist völlig aus dem Häuschen. Ich weiß, dass du das nicht sagen willst, weil du ein bescheidener Mensch bist, Virtual. Aber es sind meine verteidigte zugesicherten fünf Minuten, bevor wir mit Raw anfangen. Du wurdest eingeladen, habe ich gehört. So ein kleines, das ist so ein kleines weißes Häuschen da irgendwo, Ecke Siegessäule in Berlin. Ähm, ich habe gehört, da kann man auch lecker Mittag essen. Also kannst du lecker Mittag essen? Wurde du eingeladen? Ich finde, das solltest du jetzt mal sagen, weil das ist gar nicht so, 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 so selten, so, so oft. Also jetzt komm, sag mal, du bist beim Bundespräsidenten Freitag. Was soll denn das? Ich bin Freitag und Samstag bin ich beim Bundespräsidenten. Und das weiß ich ja auch erst irgendwie seit einer Woche, dass da auch der Bundespräsident ist. Also ich habe einen guten Freund. Schöne Grüße an den Herrn Spalter. Dem habe ich zugesagt. Na klar, wenn du mich als Ringsprecher brauchst, bin ich dabei. Ich wusste nicht, dass das am Schloss Bellevue ist. Ich wusste nicht, dass das das Bürgerfest des Bundespräsidenten ist. Und der hat mir eine Einladung mit meinen Namen drauf geschrieben. Also das ist ein bisschen surreal. Aber ich bin gespannt, was das wird. Erwartet werden, glaube ich, tausende Menschen. Ich habe ja nicht mal eine Ehrenurkunde von dem gekriegt. Und der hat dir einen Brief geschrieben, hier, Herr Wörtschel, kommen Sie mal vorbei. Bellevue, Leckerbüter essen. Kommen Sie mal vorbei, aber Sie müssen auch sich an der Polizei ausweisen und so weiter und so fort. Ich darf auch nichts aufs Gelände schleppen, nichts zusätzlich mitnehmen. Das wird ganz eng kontrollierter. Machen die auch so Backgroundchecks, was du in der Jugend so gemacht hast und so? Warst du früher bei den Steinewerfern? Nee, so alt bist du noch gar nicht, ne? Also Joschka Fischer, alt. Also ich kenne Joschka Fischer, aber ich bin noch nie Steine schmeißen gegangen. Aber als Berliner ist das nicht mal so weit entfernt, ne? Also von daher, sagen wir mal so, ich sage mal, bis vor ein paar Wochen hatte mich der Bundespräsident noch nicht so auf dem Schirm. Aber jetzt wird er mich natürlich ordentlich durchgeleuchtet haben. Offensichtlich hat man nichts gefunden, dass man mich deswegen nicht einlädt. Oder? Erst recht. Und dann guckt er sich da Ketschen an, oder was? Ist das so ein heimlicher Gunther-Fan? Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Also da wird wirklich, also Freitag ist irgendwie geschlossene Veranstaltung, nur für geladene Gäste des Bundespräsidenten, wahrscheinlich seine engsten Freunde und Verwandten, keine Ahnung. Und am Wochenende ist da ein offenes Bürgerfest von 11 bis 19 Uhr und dann wird er abgeketscht. Also kommt vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Der Bundespräsident guckt sich Ketschen an. Er ist das unfassbar. Kannst du dir mal grüßen? Also das ist mir schon ein Anliegen. Also Frankie, ich will mal sagen, hier, Frankie der Weber, möchte gerne was von seinem Döner abhaben. Der hat doch so einen riesen Döner gehabt. Da hätte ich so ein Stück, der sah lecker aus. Wenn ich ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehe, werde ich ihm sagen, hallo Herr Steinmeier, viele Grüße vom Weber. Danke. Da freut er sich, mein alter Freund, der Frankie. Boah ey Leute, Spotfight ist jetzt schon mal Bundespräsident. Das ist also unfassbar. Trotzdem müssen wir über Raw reden. Hilft ja alles nichts. Dafür habt ihr ja auch eingeschaltet, einige von euch zumindest. Und ich habe, weißt du, an welcher Tag heute ist, Wörter? Ja, hast du ja gerade gesagt. Der Tag der tollen Ideen. Ja, eben. Es ist heute ein doppelter Ideen. Tausche Ideen aus. Ich habe eine Idee, Wörter, für dich. Was hältst du davon, wenn wir Raw einfach zwei Stunden machen? In ein paar Wochen? Ist das eine Idee? Einfach eine Stunde weghauen? Ja. Warum nicht? Es ist eine Idee und auf die Idee ist auch die WWE gekommen. Also ich war ja mega überrascht. Ich lese ja keinen Twitter, aber wenn es irgendwie wichtig ist, WWE hat während Raw getwittert, ich zitiere wörtlich, WWE Raw will be on USA Network from 8pm to 10pm, starting on Monday, Oktober 7th and through the rest of 2014, culminating with the USA Network Finale on Monday, December 30. Auf Deutsch bedeutet das, ab dem 7. Oktober, das ist die Raw-Folge nach Bad Blood in drei Wochen, haben wir Raw nur noch zwei Stunden und die dritte Stunde ist einfach schwupps, weg quasi. Raw ist zwei Stunden, das ist immer eine Meldung. Das ist einfach, also wann war das denn das letzte Mal? Wie lange haben wir jetzt Raw, dass es drei Stunden ist? Wie viele Jahre ist das jetzt? Ich hätte nicht erschienen können, 2012, 11, 10. Also es sind auf jeden Fall über zehn Jahre. Über zehn Jahre haben wir darüber gemeckert, dass Raw eigentlich viel zu lang ist. Man macht zwischendurch Füller-Matches, man macht Storylines, die eigentlich nicht so heiß sind. Aber in diesem Jahr hatten wir ja auch Raw-Ausgaben, wo es sich nicht zu lang angefühlt hat. Wo man das Gefühl hat, hier wird wirklich irgendwie in jeder Szene irgendwie was erzählt. Das fühlt sich total surreal an. Ich weiß noch ganz genau, wie wir hier gesessen haben und darüber diskutiert haben, was dieser Netflix-Deal einfach bedeutet. Und was es vor allen Dingen auch für die Phase bedeutet, wo klar war, WWE wird eigentlich wechseln und der Vertrag läuft auch nur noch bis Herbst. Wir haben hier gesessen und gesagt, was machen die denn eigentlich im Oktober, November, Dezember? Ja, SmackDown bekommt auch ein neues Zuhause für die nächsten Monate. Und Raw wird einfach gekürzt. Und das ist einfach so krass, weil das Raw drei Stunden hatte harte Auswirkungen auf den Draft. Die hatten immer mehr Leute, die sie gedraftet haben. Der Kader war immer größer als der von SmackDown. Wenn sie jetzt aber gleich lang sind, frage ich mich, ob das bedeutet, dass man vielleicht jetzt den Kader ein bisschen entschlankt in der Zukunft. Das kann durchaus sein. Also wir können Draft dann machen irgendwie, aber dass ein paar unten runterfallen kann schon sein. Aber ich finde es erstmal spannend, weil der Deal mit dem USA-Network, der war ja genau bis dahin. Also danach war ja nichts. Und Netflix startete erst im Januar die Geschichte. Das heißt, man hat jetzt dann neu verhandelt. Und offensichtlich war es der WWE wichtig, die dritte Stunde einfach rauszulassen. Ob die denen schon länger drin im Auge war, wissen wir nicht. Aber man hat ja immer gemunkelt, dass sie die dritte Stunde immer gemacht haben, weil es dann einfach deutlich mehr Geld gibt für diese dritte Stunde, ob sich das geändert hat oder nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, von Raw, wie es die letzten Wochen war, würde ich sagen, die dritte Stunde hat gar nicht so gestört. Also vielleicht, wenn man hier sitzt und eine Review machen muss und alles aufschreiben muss, ist es ein bisschen mehr. Aber eigentlich war Raw durchaus drei Stunden ansehbar über weite Phasen hinweg. Also diesmal auch. Deswegen fände ich es jetzt, also vor fünf Jahren oder zehn Jahren hätte ich gesagt, boah, zum Glück endlich weg mit der Scheiß, weil dann hast du ja wirklich nur Füllerkacke gehabt. Aber jetzt würde ich sagen, wäre gar nicht so schlimm. Aber okay, jetzt ist es halt die Frage, wie es dann auf Netflix weitergeht. Da kann man ja nur spekulieren. Das sind alle Spekulationen der Welt im Internet gerade. Die haben wahrscheinlich keine Werbung oder haben sie doch Werbung. Gibt es weiterhin die Werbedeals? Sind die damit abgeschlossen? Weil die haben ja die Sachen verkauft, die Werbepausen. Gibt es da irgendwie vielleicht so eine Viertelstunde Halbzeitpause oder irgendwas? Gibt es da auch nur zwei Stunden? Also das kann ja schon mal so ein Vorzeichen sein, dass die sagen, ja, wir machen jetzt zwei Stunden Raw, weil danach ist es auch nur noch zwei Stunden Raw, weil dann die Werbung wegfällt. Und dann haben wir wieder die gleiche Netto-Spielzeit, wenn man so will. Weil ohne Werbung ist ja Raw zwei Stunden plus ein bisschen lang normalerweise. Ja, ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob das eine Anforderung von WWE war oder eben nicht eine Anforderung vom USA-Network. Ich meine, WWE musste ja diese Monate noch irgendwie überbrücken, bis dann der Netflix die eben startet. Und das USA-Network hat ja auch SmackDown genommen, was ja auch zwei Stunden sind. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Vielleicht haben sie gesagt, okay, wir verlängern den Vertrag mit euch bis Ende des Jahres. Okay, wir geben SmackDown auch ein Zuhause. Aber dafür wollen wir die dritte Stunde Raw, da wollen wir, weiß ich nicht, Wiederholung von Big Bang Theory zeigen oder sowas. Weiß ich ja nicht, was da läuft, ja. Also von daher, das kann ja wirklich auch eine Anforderung gewesen sein. Und WWE musste halt diesen Deal eingehen, weil sie ansonsten die nächsten drei Monate kein Zuhause gehabt hätten, bevor Netflix gestartet hätte. Also das halte ich für sehr realistischer, als dass WWE gesagt hätte, ja komm, die dritte Stunde brauchen wir nicht. Weil eine dritte Stunde weniger, wie du es sagst, ist eine dritte Stunde ohne Werbung, ohne Werbeeinnahmen. Diese dritte Stunde ist ja nicht nur dazu da, oh, guck mal, wir haben 150 Leute unter Vertrag, die müssen ja auch irgendwie zu sehen sein. Nein, das ist, damit man mehr Werbung verkauft. Für nichts anderes ist diese dritte Stunde da. Also von daher, das sind Einnahmen, die WWE wegfallen. Und von daher, ich kann mir das auch noch gar nicht vorstellen, wie das auf Netflix sein wird. Ich meine, wir sind ja überhaupt nicht dran gewohnt, dass auf Netflix irgendwie Livesport oder sowas läuft. Aber von DAZN oder sowas sind wir ja Livesport gewohnt. Oder dass eben im Fußball in der Halbzeitpause eben ja auch eine Viertelstunde dann Werbung läuft oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie es dann wird. Also vielleicht ändert sich auch einfach das Wrestling, wie wir es in den letzten 30 Jahren, 35, 40 Jahren gesehen haben. Ja, klassische TV-Sendungen, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden mit Werbeblocken dazwischen. Vielleicht haben wir einfach nur noch 120 Minuten Raw am Stück. Ich meine, für die Fans, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal beim WWE-Taping war, wo wirklich live getapet worden ist, mit Werbepausen dazwischen und so weiter und so fort, was die dann halt auf dem Bildschirm zwischendurch sagen. Und das zieht ja dann die Fans auch runter und wieder hoch. Vielleicht fällt das alles weg. Vielleicht ist es nur noch straight eine zwei Stunden Wrestling-Show. Who knows? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass man noch mehr in die Netflix-Storytelling-Serien-Schiene gehen wird und eher weniger Wrestling zeigt. Aber ja, es ist spannend. Wir müssen das abwarten. Wir wissen es noch nicht. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, es gibt ja auch bei Netflix diese Werbepausen, die von Netflix aus kommen. Also je nach Abo oder bei Amazon Prime gibt es das vor allem. Je nachdem, welche Stufe du hast, kriegst du halt trotzdem Werbung. Also wenn man einfach sagt, wir machen zwei Stunden Wrestling, ungefähr so wie jetzt, dann haben wir den Inhalt gleich. Und dann wird aber von Netflix aus dann einfach zack, jede halbe Stunde eben so ein Werbeblock eingefräst. Weil das ist ja auch das. Also wir können nur spekulieren. Wir sind gespannt. Und unsere Reviews werden dann ein wenig kürzer werden wahrscheinlich. Ist doch auch ein netter Nebeneffekt. Möglich ist alles. Aber ich meine, wo wir gerade von Werbepausen reden und so weiter und so fort. Ich meine, hier hat man es ja eigentlich gezeigt, wie es auch läuft. Weil die erste Stunde bei dieser Raw-Ausgabe war komplett ohne Werbung. Und das war eine fantastische Überleitung, oder? Boah, und jetzt gehen wir rein in den Raw-Version. Du bist ja ein alter Profi. Ja, wir haben die erste Stunde tatsächlich keine Werbung und wir haben uns gefreut, weil wir können alles sehen. Und das war mega, also toll, ne? Wir sind in Calgary, Alberta, Canada, in Kack. So haben sie früher immer gesagt, Lance Storm und so. Lenz Retzel und Magritte, das war meine WCW-Zeit. Da haben sie immer Kack gesagt, ne? Drew McIntyre kommt an. Ich muss natürlich meine Pflicht erfüllen, wie alles ankommt. Ron Raker kommt an. Jade Cargill, Bianca Belair kommen an. Die Ex-Hexen kommen an. Und die stehen alle vor großen Momenten, aber viel wichtiger, so. Und das war jetzt Genugtuung für mich. Denn ich bin endlich nicht mehr der Einzige weltweit, der sagt, wer alles ankommt. Ja, ich werde ausgelacht. Warum sagt er das immer? Das ist wichtig. Neu ist jetzt, Season Premiere, dass unser neuer Announcer Joe Tessitore, dass der jetzt live ankündigt, wer gerade angekommen ist, weil das eben wichtig ist. Ich habe mich so gefreut. Und dann sagt er nämlich, Drew McIntyre kommt an, Ron Raker kommt an. Da sagt er das einfach so. Live während der Show, weil es wichtig ist. Das ist ganz toll. Also besser kann dieses Season Premiere gar nicht mehr laufen für mich, Virgil. Ja, aber du hast auch vergessen, über die Halle zu sprechen, in der wir uns befinden. Denn es ist nicht nur die legendäre Wrestling-Stadt Calgary in Alberta, in Kanada. Es ist der Settledome. Das ist eine Arena, in der WWE seit fucking 1984 schon veranstaltet hat. Ich habe gerade wirklich nachgeguckt. Erste Show, 3. November 1984. Andre the Giant war auf der Kart. Natürlich war Bret Hart auch damals auf der Kart. Und ich glaube, die Arena werden sie jetzt abreißen. Und ich glaube, deswegen konnte sich das Bret Hart auch nicht nehmen lassen, da aufzutauchen. Und da freue ich mich ja drauf, dass wir jetzt so einen Hook haben, weil der kommt ja später noch. Ja, wir haben keinen Hook. Wir haben ja einen Bret Hart. Bret Hart ist geiler als Hook. Aber später. Wir müssen ja erstmal Howdies, ne? Denn wir fangen an. Es gibt so eine Zusammenfassung der Howdy-Geschichte, der Wyatt Six. Und die zeigen in dieser Zusammenfassung diese verdammte erste Attacke nochmal. Ich wollte das doch vergessen. Ich habe doch gesagt, alles ist gut, wenn wir das vergessen. Jetzt werde ich wieder dran erinnert und ich verstehe es schon wieder nicht. Hast du es jetzt verstanden? Nein, ich habe es nie verstanden. Ich habe es nicht verstanden und ich hatte mir auch ein bisschen gewünscht, dass es ja so ist, wie du es gesagt hast. Vielleicht war es ein Traum. Vielleicht war es nur im Kopf. Vielleicht ist es ja nie passiert. Aber nee, das ist tatsächlich, wir kommen jetzt zum Abschluss einer Fede, die sich, jetzt weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie es sich für dich angefühlt hat, aber für mich hat es sich ein bisschen kalt angefühlt. Ach, hier ist gar nichts kalt, auch wenn jetzt der Winter naht. Ne, Herbst zuerst, ne? Aber wir haben jetzt Streetfight. Scheiß, was drauf? American Made, alle vier zusammen gegen die Howdy's, ja? Und jetzt schreiben die sogar schon, ich hasse dieses Season Premiere, gerade habe ich es nur noch geliebt, jetzt schreiben die drunter, wie das Match letzte Woche ausgegangen ist. Wie soll ich das denn verarbeiten? Ich weiß das doch nie. Da war ja letzte Woche schon irgendwas mit den Creed's und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wer gewonnen hat. Aber die einen haben gewonnen. Also es ist ein Streetfight. Es ist eine Flagge dabei bei der American Made. Es ist eine Kette, jede Menge Kendo-Sticks dabei, das ist klar, ne? Der Onkel Howdy, höchstpersönlich, er setzt sich hin. Der kämpft nämlich nicht, der schaukelt lieber. Abby the Witch, Nikki Cross, die feiert heute ihr Comeback wieder. Also Abby the Witch ihr Debüt und Nikki Cross ihr Comeback. Also erstes Mal wieder im Ring. So was haben wir. Ivy Nile und Nikki Cross, die haben gerade ein bisschen Spaß mit der Tonne. Und es geht da gerade so richtig rein. Ich dachte, cooler Spot. Und dann kommt natürlich We Want Tables, das ist klar, weil wir respektieren ja nicht, was die da machen. Jetzt geht ja Rowan durch den Tisch durch, dann wird der unter Stühlen so noch begraben, steht aber irgendwann von den Toten wieder auf und haut einfach mit einer Barrikade um sich. Warum denn nicht? Solide Action, würde ich sagen. Keine Tacker, keine Spritzen, keine Tüten, alles wird gut. Ja, eigentlich gewinnt der Chad Gable schon mit einem Olympic Slam an Gacy durch so einen Tisch durch. Und Ivy Nile, die kloppt dann auch noch so drauf im Kennenlustick, als wäre das noch nicht genug. Aber Nikki Cross, jetzt die Rott auf. Sie suplex sogar den Gable und dann wird der von Rowan auf die Treppe draufgezimmert. Zack, Onkel Howdy greift ein. Er spielt jetzt mit, Sister Abigail von ihm. Ein Splash von Dexter Loomis. Alle freuen sich, also alle bis auf die American Maitler, denn die haben verloren und die Wild Six sind die großen Sieger dieser Mega-Fede gewesen. Ja, das war doch der Abschluss jetzt, oder nicht? Das muss der Abschluss gewesen sein. Da kann ja jetzt nicht noch so ein Tech-Match näher kommen. Ja, dann herzlichen, also das Einzige, was man noch hätte machen können, wäre vielleicht noch ein Singles-Match. Aber nee, dann herzlichen Glückwunsch zum Gewinnen der Fede. Also ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel für eine Fede, die super krass heiß angefangen hat. Aber als es dann zum Match gekommen ist, habe ich mir gedacht, also die werden raushauen. Und das Match war auch gar nicht schlecht, das will ich auch gar nicht schlecht reden, aber ich war emotional überhaupt gar nicht involviert. Da haben einfach vier, acht Leute miteinander ein bisschen abgecatcht. Interessante Randnotiz übrigens, selbst Nikki Cross hat ohne Maske gecatcht, ja, alle haben ohne Maske gecatcht. Wie auch in den letzten Wochen, sie wurde ja endlich Nikki Cross namentlich erwähnt, hat man sich jetzt endlich doch entschieden, was passiert. Und ich meine, die haben sich ja alle angestrengt. Nikki Cross, du hast das erwähnt, das erste Match von ihr auch seit November im letzten Jahr, also auch über ein halbes Jahr ist weg gewesen, fast ein Jahr. Dafür aber ordentlich gemacht, also das Match hat mir schon gefallen. Das Ende, die richtigen Sieger, wobei es natürlich schade ist, wenn Chad Gabriel nach seinem Heal-Turn, nachdem er jetzt ein Stable gegründet hat, erste große Fede verliert er, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas mit verloren ist. Ich will die aber alle nicht mehr irgendwie miteinander verbandelt sehen. Ich will jetzt sehen, was ist das nächste Kapitel von den Wild Six. Gib mir Futter, gib mir was, um die jetzt wieder ein bisschen spannender zu machen. Ja, denke ich auch. Also das war es dann jetzt gewesen und ich fand, da war schon Emotion mit dabei. Also die Crowd, die geht schon immer noch anders, wenn die kommen, aber es hat sich ein bisschen normalisiert, das stimmt schon. Die machen jetzt irgendwas anderes. Ich denke mal, die Creed's können mal ein bisschen auf die Tech-Team-Gürtel gehen, solange es die noch gibt. Ich weiß ja nicht, müssen wir gleich mal drüber reden. Aber ja, war okay. Hat Spaß gemacht. Fast mal Match auf den Nights, würde ich sagen. Kommt noch eins. So, jetzt wird gesagt, und zwar vom Joe selber, Joe Tessitore, ich muss den Namen noch lernen, Joe, der hat gesagt, nämlich, dass Rhea Ripley gegen Liv Morgan fix ist für Bad Blood. Das wurde wohl irgendwann unter der Woche festgelegt, so, das ist schön. Zu diesem Zweck kommt jetzt Finn Baler in den Ring und hat ein Mikrofon in der Hand und er sagt zu Damien Priest, der Damien Priest hat den Judgment Day gescrewt. Also die alte Leier, ne? Ich wollte euch helfen, aber du hast mich klein gehalten, deinen Bruder klein gehalten. Komm raus, ich will dir was sagen. Und Damien Priest kommt raus und der Priest sagt, ja komm, erzähl mal und danach verklopfe ich dich. So ein Inhalt ist das, ne? Finn Baler sagt, ich bin nicht dein Sidekick. Du und Rhea, ihr werdet in der gleichen Nacht untergehen. Ja, weil wir wollen auch ein Match haben bei Bad Blood, dafür später auch bestätigt. Also auch das Finn Baler gegen Damien Priest, ne? Ach, übrigens, hier sind die anderen vom Judgment Day, sagt der Finn Baler und Finn Baler ist voll stolz auf seinen Plan. Es ist der einfachste Plan der Welt und Damien Priest geht wieder rein, ne? Priest jetzt gegen vier, jetzt kommt Rhea Ripley zur Überraschung von Maximal Domdom rein, dann rennt Liv Morgan rein und dann gibt's fleißig Krücken-Action, das ist toll, jetzt ist es fünf gegen zwei, jetzt kann ja nur noch einer retten, damit es fünf gegen drei ist und das ist Jey Uso und dann ist es vorbei. Boah, das blöd, Virgil. Wie lang er sich auch hat Zeit gelassen, also Jey Uso, der hat ja legit zehn Minuten gebraucht, bis er rausgekommen ist, der war wahrscheinlich vorher noch auf Toilette, musste sich noch einen Stuhl suchen, dann ist er zum Ring gerannt. Also ich würde ihn nicht als besten Freund bezeichnen von den anderen. Ich würde ihn nicht als besten Freund bezeichnen. Boah, das war doch das Gleiche wie immer. Also weiß ich nicht. Und Damien Priest, es ist erneut meine Dumpfbacke des Tages. Warum macht der, warum fällt der schon wieder auf den einfachsten Trick der Welt rein? Vielleicht, weil er einfach nicht so street smart ist. Ah, street trash, da spielt's wieder rein. Die haben jetzt ein T-Shirt draußen. Kennst du noch das AJ Styles T-Shirt, was aussieht wie weißes Zeug auf seinem T-Shirt verteilt? Das sieht genauso aus. Ganz, ganz hässliches T-Shirt. Aber wo du es sagst, ich fand das Segment auch nicht gut. Ja, also die haben hier nichts Neues. Das ist ja nichts Neues. Die haben exakt dieselbe Kassette abgespielt wie eigentlich immer. Die großen Matches gewinnen offensichtlich die Terra Twins. Zwischendurch kriegen die anderen, dürfen die dann auch mal was zeigen. Ich bin langsam, also Bad Blood reicht mir dann auch mit den Fäden. Ja, ach, das ist schon heiß. Aber es ist halt das Gleiche. Und es ist halt wieder so, dass Damien Priest dumm ist und Rhea Ripley rinnt, der hinterher rennt, mit Krücken, die sie gar nicht mehr braucht, weil dann trotzdem haut und so. Naja, ich hab irgendwie so ein Y2 AJ-Shirt noch. Ich war der Einzige, der das gekauft hat, wenn du dich daran noch erinnerst. Lass ich über Jey Uso reden, weil Jey Uso ist ja jetzt quasi der Lover von Rhea Ripley, so hab ich das verstanden. Also der will ja schon irgendwie was von der. Vielleicht spielt's darauf hinaus. Jetzt hat er sie ja gerettet, ne? Also ich finde das nicht gut. Also ich glaube nicht, dass Rhea Ripley, also das ist doch die letzte Frau, die von einem Mann da gerettet werden muss und jetzt wieder in so eine Romanze reingleiten muss. Also wenn das jetzt die Zukunft ist, dann weiß ich nicht, das will ich nicht sehen. Jey Uso als Lover. Vielleicht ist ja auch der Swerve, dass er gar nicht auf Rhea steht, sondern auf Damien Priest. Oh, das wäre wieder witzig. Das könnte sein. Das wäre doch eine geile Story eigentlich. So, was haben die noch nie gemacht? Ne, das wäre interessant. Bill und Chuck gab's mal, das kam damals nicht so gut an. Aber das wäre lustig, ne? Ansonsten, weil Rhea Ripley ist ja nur wirklich bad, der ist überhaupt, ne? Also sie steht ja über den Männern eigentlich, ne? Warum sollte dann jetzt sie hinter Jey Uso herrennen, so als Dankeschön AAA? Ich hoffe, dass das nicht kommt. Die haben auch zwölf Jahre Zeit und Jahresunterschied, so, ne? Ist jetzt nicht schlimm, aber ich glaube, das ist auch nicht das, was Rhea Ripley dann braucht an der Stelle. Und wohin soll das dann führen? Einfach so ein Love Angle und nein, kein Jey Uso. Ich meine, mir ist ja bewusst, dass die auch alle eine Rolle spielen, ne? Das ist ja sonnenklar. Ja, das ist klar. Pass auf, aber das Interessanteste beim Wrestling ist einfach, ne? Die kämpfen meistens nicht unter ihrem echten Namen, außer sie heißen John Cena und Randy Orton. Na gut, das sind dann immer noch ein bisschen Spitznamen von Randall und so. Wir wissen aber, deren echte Geburtsnamen, ja? Also, und wir sehen die ja in Echtzeit beim Erwachsenwerden und Charakter weiterfinden und so weiter und so fort zu. Und teilweise wissen wir auch, mit wem die verheiratet sind. Und bei Paaren, wo es so offensichtlich ist, die sich auf ihren ganzen Social Media, ihren Wrestling-Social-Media-Accounts, ja, also bestimmt haben einige davon auch private Instagram-Accounts und was weiß ich nicht was. Aber wenn die sich da mit ihren Ehemännern immer wieder zeigen und Ehefrauen, kaufe ich halt so ne Storys nicht. Also, was soll ich denn jetzt mit ner Liebesgeschichte zwischen Jey Uso und Rhea Ripley, wenn ich genau weiß, die haben nix miteinander zu tun sonst in ihrem Leben. Also, entweder lass so eine Liebesgeschichte sein, mach das mit echten Paaren oder mach das mit Singles, weil dann kaufe ich's, aber so kaufe ich's nicht. Das stimmt, da spielt er noch mit rein. Es ist bis jetzt nur angedeutet, also das heißt noch gar nichts. Aber tatsächlich, wenn jeder weiß, dass Rhea Ripley da mit Buddy Murphy verheiratet oder sowas, das bringt einfach nichts. Damals Lana und Rusev, weiß ich noch, die haben so ein bisschen und zack einen draufgekriegt, weil die das gepostet haben, obwohl sie in der Story gerade getrennt waren. Nee, brauche ich nicht. Ich will eine badass Rhea Ripley, die endlich wieder Champion wird und alle kaputt dauert. Das will ich sehen und nicht ständig zum Domdom in die Falle rennt. Apropos Domdom, der kommt gleich noch mit Raven Stereo, freut euch drauf. Jetzt erst mal. Braun Strowman, der wurde auf so ein Autodach-Tsunami vor zwei Wochen, konnte dann aber doch catchen und hat sich für das heutige IC Triple Threat-Match qualifiziert. Danach haben wir heute vier Leute, ich werde sie gleich nochmal nennen, der Reihe nach, und da ist er dabei, Bronson Reed, war letzte Woche mit Corona raus, deswegen konnte er da nicht antreten, das noch als Info. Interview jetzt mit Braun Strowman, das tut mir immer noch weh, aber ich bin das Monster und ein verwundetes Monster ist gefährlicher als ein nicht verwundetes Monster. So ein bisschen wie bei Coyotes, also wenn der den Arm abhapt, dann ist er auch besser. Und jetzt kommt Braun Breaker dazu, das fand ich ganz cool, der kommt noch jetzt zu allen heute. Ich werde beweisen, dass man keine fünf Meter groß sein kann, man sieht sich. Ich weiß nicht, der hat irgendwas mit Füßen gesagt, ich kann keine Füße umrechnen, fünf Meter oder so ist der groß. Fünf Fuß? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Zwölf, 48 Fuß und das sind irgendwie 17 Meter, ich weiß es nicht. Die sollen mal Meter lernen da drüben. Finde ich auch, metrisches System und in England sollen sie mal bitte auch auf der rechten Seite fahren und nicht auf der linken. Das ist alles ganz komisch, finde ich irgendwie. Vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal die Review gemacht haben, haben sie doch schon das Foreshadowing betrieben, dass es doch auf Braun Breaker gegen J. Uso hinausläuft. Machen die diese Segmente jetzt, damit vielleicht Leute, die vor zwei Wochen nichts so geguckt haben, noch mal irgendwie, weiß ich nicht, aber okay. Also fand ich okay. Nehmen wir mal so hin, mal gucken, wie sich das ausspielt im Finale. Groß wird das. So, jetzt haben wir ein Titelmatch sogar. Das kam einfach so rein. Titelmatch reingefräst, ne? Denn da war ja noch so ein Number One Contender Ding bei den Frauen-Ticks, ne? Und da waren so Dimage-Getrill drin und jetzt gibt es da so ein Rematch irgendwie. Das habe ich doch noch in Erinnerung. Und zwar von den Ex-Hexen, Isla Dorn und Elberfire gegen Jade Cargill und Bianca Belair. Das sind die Champions gerade, ne? Im Match wird mir dargestellt, dass Bianca Belair besser ist als Jade Cargill und die Ex-Hexen gewinnen fast, aber Jade Cargill hüpft doch nochmal rein. Dann gewinnen Cargill und Belair und behalten ihre Gürtelinnen. Was kann da jetzt noch ihre Dominanz stopfen? Würde, das frage ich dich. Nix, was mich interessiert offensichtlich. Also ich finde es ja schön, dass man die Titel mal zeigt und dass auch die Stars catchen dürfen und Jade Cargill braucht jedes Match, um vielleicht mal ganz okay zu werden im Ring. Aber wenn ich so ein Match in den letzten sechs Wochen schon dreimal gesehen habe, weiß ich nicht, wie viele Emotionen ich dann noch haben soll. Also war nett. Ich habe das in Berlin gesehen. Ja, eben. War gut, ne? Welches Match war besser, das oder das in Berlin? Das in Berlin war besser. Okay. Und das hat fast die Crowd getötet. Ja, liegt nicht an denen, aber vielleicht an Jack Cargill. Ne, war gut. So, jetzt möchte ich mit dir auf Mexikaner reden. LWO, Interview, alle fünf sind so versammelt und ich muss dir mal was sagen, der Kruz del Toro, der ist nicht nur ein Anzugsmensch, wie ich immer sage, der hat jetzt sogar so eine rote Sonnenbrille, der hat so eine wirklich, wie als wenn der frisch von der Schinkenstraße gekommen ist. Vielleicht zusammen mit dem Otis und unserem Schinkenmann, wer weiß das schon. Naja, was gesagt wird, ich erkläre es. Dragon Lee ist immer bereit und heute hat er Backup gegen Judgment Day, denn da steht ein Match an. Und dann steht er auf einmal auf Judgment Day. Und jetzt legt sich WWE Hall of Famer Rey Mysterio mit Dirty Dominik Mysterio an. Und ich habe das alles schon mal gesehen und dann gehen die auch wieder. und das war das Segment. Haben die sich nicht noch auf ein Match geeinigt oder so? Ja, gibt da ja auch noch ein Match. Warum denn nicht? Ah, cool. Na, dann war doch eine schöne Einstimmung auf das, was uns bei dem Rest der Show noch erwartet. Ja, ein Teaser. Ein Teaser auf das, auf was wir uns noch freuen können. Das Match wird kommen, aber nicht gegen Dom, sondern gegen Finn Baler. Nicht, dass ihr euch freut. Schön wird das. So, jetzt kommen wir zum Highlight von Raw. Dann natürlich sind wir in Calgary, Alberta, Canada. Stundenwechsel. Jetzt ist der Joe Tessitore und Wett Barrett, die stehen im Ring und wir grüßen Bret Hart. Ah, das ist gut. Zeit für unser beliebtes Spiel-Virgin. Habe ich ein Gravy oder mache ich Sport? Nee, also okay. Also Bret Hart kann man schon von früher her irgendwie kennen, oder? Kennst du Bret Hart? Hast du schon mal von ihm gehört? Ja, ich habe früher, weißt du, ganz viel Bravo-Sport gelesen und der hat irgendwie immer so diesen goldenen Otto gekriegt und ich habe immer noch, ich war sehr verwirrt, wenn dieser komische Mann in pink ist. Ja, nee. Mit dem öligen Arm. Ja, der zündet immer so richtige Spaß-Raketen im Ring, wenn der da ist, ne? Der war auch mal bei WrestleMania und hat eine Nichte, das ist das Wichtigste. Begrüßen wir jetzt den Onkel von Natalia. Naja, aber schon ein schöner Moment, würde ich ja nicht klein drehen. Also Bret Hart in Calgary nochmal zu sehen und der sieht auch gut aus, wunderbar. Schön ist auch, ja? Der sieht aus, als lebt der nicht in Calgary, sondern eher in Florida oder sowas. Der sah so gesund aus, so braungebrannt, frisch aus dem Urlaub gekommen. Also, mal ganz im Ernst. Ich kann warten bis zum Ende des Segments oder ich kann jetzt schon anfangen. Natürlich kenne ich Bret Hart und ich sage es dazu, als Kind, ich war immer mehr Fan von Shawn Michaels, war Showman und so weiter und so fort. Ja. Aber wenn ich älter, umso älter ich geworden bin, umso mehr altes Wrestling ich dann auch geguckt habe, umso mehr habe ich es einfach gelernt, Bret Hart wertzuschätzen. Da draußen sind Leute, die sagen, ach, Bret Hart ist ein langweiliger Catcher, Bret Hart war nie gut. Ihr habt alle keine Ahnung. Bret Hart war ein unglaublicher Wrestler im Ring, der gegen jeden Gegner ein logisches, sinnvolles Match machen konnte. Gegen jeden, wenn er Bock drauf hatte. Ob er gegen Diesel, Kevin Nash gekämpft hat, wo er einfach nur vor dem Match gesagt hat, weißt du was, ich werde dich auf den Rücken legen, ich werde deine Beine bearbeiten, ich nehme dich in den Sharpshooter und fertig. Genau das hat er gemacht. Er hat gegen Yokozuna ordentlich Matches gemacht. King of the Ring 1993. In einer Nacht, drei so unterschiedliche Matches. Dazwischen ein Match gegen Kurt Hennig, Mr. Perfect, was besser ist, als das Summerslam 1991 Match. Bret Hart ist eine absolute Legende. Und sein einziges Problem ist, dass er das Wrestling leider viel, 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 viel zu ernst genommen hat. Also viel, viel, viel zu ernst genommen. Deswegen ist er einfach ein bisschen bitter. Aber ich verstehe es, wo er herkommt. Sein Vater, Stuart, hat das Wrestling, glaube ich, noch viel, viel ernster genommen als Bret selber. Was mit seinem Bruder Owen passiert ist, wird ihn ja auch nicht glücklicher gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Und trotz der ganzen Tatsachen, was alles passiert ist, der Mann blickt auf eine unfassbare Karriere zurück, ist eine absolute Legende. Ist einer der besten Wrestler, die jemals auf dieser Erde gewandelt sind. Punkt. Ja, das ist definitiv der Fall. Es war halt nicht der große Showman, der wirklich da war, um die Leute irgendwie so schon Michaels-mäßig in den Bann zu ziehen oder wie der Undertaker rauszukommen, sich verkleiden, der ist rausgekommen und hat einfach Matches gemacht. Und du sagst, das waren einfach reale Matches. Das ist das, was ich heute in vielen Punkten einfach vermisse. Wenn dann wirklich, man sagt immer, Flippi Floppy hat natürlich auch seine Bewandtnis. Aber ich mag es einfach, wenn man Sachen tut, die man als Kämpfer in dieser Situation tun würde und der Gegner dann auch so reagiert, wie das, was ihm gerade beigebracht wird. Und da war Bret Hart wirklich der Excellence of Execution. Also das hat er wirklich on top gemacht. Muss man ihm lasten. Aber ich kann es auch verstehen, wenn das in der Masse nicht so ankam, dann vor allem bei denen, die mehr diese Gimmick-Restler der Damien-Zeit liebten. Aber jetzt ist er halt da und das ist schön, wiederzusehen. Du sagst es auch, er nimmt sein Leben sehr ernst und deswegen, also das sind die großen Momente definitiv. Schön ist auch, das Schild ganz vorne mit einem Schild, da steht drauf Welcome Home Bret, wobei Bret mit zwei T geschrieben wird. Ja, das kann ja nur an die WWF und WCW-Legende Barry Horowitz gerichtet sein. Der kam aber nicht aus Kanada. Also so viel war es auch falsch. Aber der stand auch mal als Bret mit zwei T im Ring, auch als Jack Hart und auch als Barry Hart, je nach Tagesform. Das war der Jobber to the Stars. Das ist ein kleiner Nebensideffekt, den ich schon mal erzählen kann. Warum ist Bret Hart eigentlich da? Cute Announcement. Jetzt kommt es. Achtung. Survivor Series ist in Vancouver und ihr könnt jetzt Karten kaufen. Dafür war der da, um das zu sagen. Hast du schon eine Karte gekauft? Ja, aber den Flug noch nicht natürlich. Da warte ich noch, bis wir günstiger werden. Ja, man muss ja immer bis zwei Wochen vor der Show warten, haben wir ja gelernt und dann wird das alles günstiger und dann fliegen wir da hin. Nee, und jetzt ist er halt da und wenn er schon mal da ist, kann er noch ein paar Worte sagen. Das dürfen wir nicht vergessen. Keggery ist cool, sagt er. Ich war lange kanadischer Champion. Wir kämpfen immer und wir kämpfen gegen jeden und wir hauen nie ab. Ich war mal der Beste, nee, ich war mal der Beste und ich bin mal der Beste und im Grunde würde ich auch immer der Beste sein, wäre da nicht Gunther. Das Letzte sagt er im Rahmen seiner Catchphrase anders, aber Gunther kommt trotzdem raus und zweifelt das an. Besser, besser was, besser ever, Mildi. Ich finde, das ist eine coole Catchphrase, aber die ist zu lang. So, und jetzt sagt Gunther, Gunther jetzt super, Gunther mega gut. Gunther sagt, oh, da ist er ja einer meiner Kindheitszellen und ich glaube ihm das total. Also, wenn einer auf Bret Hart steht, dann wohl Gunther. Nur Problem ist, jetzt bin ich halt hier der Beste und ich werde es auch immer sein und du, mein Freund Bret Hart, du warst so knapp dran, mein Lieblingsprester aller Zeiten zu sein, aber du kommst ganz kurz hinter Bill Goldberg. Vroom! Die Stimmung? Also, D-Line hat gesessen. Das war schon sehr, sehr stark. Ja, also wer das nicht weiß, Bill Goldberg hat die Karriere von Bret Hart beendet mit einem Superkick oder so, ja, der nicht so ganz, also der, der ganz gesessen hat und damit nicht so gesessen hat, wie er sollte. Das ist falsch, das Narrativ. Ich weiß nicht, woher dieses Narrativ auf einmal kommt, dass alle wieder darüber reden, dass es der Superkick war. Es war nicht der Superkick, es war der Finger von Leglock, den Bret Hart am Ringpfosten gemacht hat und er hat zu Goldberg vorher gesagt, halt meine Beine fest, weil wenn du meine Beine nicht festhältst, dann knall ich mit dem Hinterkopf auf den Boden. Was hat Goldberg nicht gemacht? Seine scheiß Beine festhalten. Das ist die Gehirnerschütterung, nicht der Kick. Guck mal. Aber ist ja auch egal. Guck mal, ich hab noch was für dich. Weißt du, wie Bret Hart mit zweiten Vornamen heißt? Bret, the Hitman Hart? Rett dir das einfach mal vor. Stu Hart hätte ihn Hitman genannt. Aber ich hab den, ich hab auch einen geilen Namen für dich. Oh, jetzt kommt's. Er heißt, wahrhaftig, du kannst es danach auf Wikipedia nachgucken, Bret Sergeant Hart. Bret Sergeant Hart? Oh, das ist auch nicht schlecht, ne? Du solltest am Sommerquiz teilnehmen. Diese Familie, Alter. Diese Familie, Alter. Es ist krass. Und dass da ein Teil, der rausgekommen ist, ne? Ne, aber guck, mit Goldberg, das hab ich komplett so gar nicht gehört. Ich hab immer nur gedacht, das wäre der Superkick. Gut, dass wir den Vornamen haben. So, der Experte für den Weber. Das ist toll. So, und jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt dann Semi Zane raus. Also, das mit Goldberg kann man ja nicht sagen. Und es ist ja auch immer davon abgesehen, komplett lächerlich, dass Gunter Goldberg als besten Wrestler der Welt nimmt. Aber so ist es halt. Und Semi Zane möchte jetzt natürlich sein Idol und sein Fellow-Canadian unterstützen. So, und jetzt, ne? Jetzt müssen wir Grüße nach Iserlohn raus, ne? Denn ich hab heute, bevor ich die Show überhaupt geguckt habe, vom Iserlohn, hab ich so gehört, pass mal auf, was der Semi Zane da für ein Trikot anhatte, ne? Ich erkläre dir das, weil Iserlohn ist ja auch eine Eishockeystadt und so. Problem ist, der hatte die Show nicht geguckt. Der hat das nur auf Twitter gesehen. Das wird in der Show später noch erklärt. Aber trotzdem gehen die Grüße raus. Und Semi Zane kommt ja jetzt raus in Calgary. Und das ist wohl das Trikot von Johnny Goudreau. Ja? Und das ist eine ganz traurige Geschichte. Das zeigt man, der Jackie Redman steht draußen auch, wo die ganzen, an der Gedächtnisstelle, wo vor der Halle so Blumen und alles und Trikots und Hockeyschläge aufgereiht sind. Denn der arme Mann, der ist vor zwei Wochen zusammen mit seinem Bruder Matthew, ist auf dem Fahrrad gefahren, ne? Die beiden. Und dann kam einer am Steuer. Der hat am Steuer Bier getrunken, kam vorbei und hat die überfahren. Das ist wirklich, also das ist so, einen Tag später wären die beiden Trauzeugen bei der Hochzeit von ihrer Schwester gewesen. Also live ist einfach nur unfair irgendwie. Also das ist so, und da kommt der Semi Zane raus und natürlich die Halle alle, die hat es natürlich geliebt, aber echt traurig, ne? Eine übelst krasse Geschichte. Ich wusste es vorher auch nicht, aber ich habe mit Eishockey auch überhaupt gar nichts zu tun. Aber ganz im Ernst, ich habe selten gesehen, dass WWE so ein Tribut auch für jemanden gemacht hat, mit dem sie einfach überhaupt noch gar nichts zu tun haben. Die Umsetzung dessen war richtig schön. Also es ist natürlich ein trauriger Anlass, aber die Art und Weise, wie es gemacht ist, war wirklich sehr angenehm und respektvoll und also Hut ab und leider eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ja, also ich habe das nochmal nachgelesen. Also die beiden waren mit dem Fahrrad unterwegs auf einer Landstraße. Da gibt es ja keine Fahrradwege und nichts. Dann wurden die links von einem SUV überholt, ganz normal, der hat überholt und dann kam der Typ hinten, der meinte, der hat vorher 5, 6 Bier getrunken und hat am Steuer noch schön gebechert und dann wollte der den SUV rechts überholen, wo die Radfahrer waren und hat die Radfahrer übersehen. Dann hat er die beide platt gefahren. Also manche Menschen. Ganz im Ernst, also ich habe ja keinen Führerschein, aber wer da draußen einen Führerschein hat, bitte trinkt keinen Alkohol und setzt für mich an Steuer, weil es ist einfach, auf so einer Straße passieren so schnell irgendwelche Dinge, Leute tauchen zwischen zwei parkenden Autos auf der Straße auf, die reißt du dann einfach weg oder was? Nein, bitte nicht. Bitte trinkt nicht und fahrt dann ein Auto. Bitte nicht. Ja, das ist einfach nur an sich wirklich. Also das hört man immer wieder. Also Autofahren ist schon so schwer genug. Ich würde auch nicht bei 0,5 Promille noch fahren. Man überschätzt sich ja dann doch. Naja, show must go on, so ist es halt auch in Wrestling. Der Sami Zayn, der ist jetzt bei Bret Hart und weißt du noch damals die Szene, als der Sami Zayn sein Raw-Debüt hatte? Da war die Open Challenge von John Cena, als er sich die Schulter so ein bisschen. Und da hat Bret Hart auch die Challenge angenommen. Das war auch in Kanada gewesen. Deswegen kommt der Sami Zayn jetzt raus und sagt, ja, das ist ja eine Legende hier. Hör mal auf, so zu reden, Gunther. Das ist meine Legende. Und lass uns übrigens mal über deinen Gürtel kämpfen. Ich habe ja meine Challenge schon ausgesprochen, du hast Nein gesagt. Wie ist es denn heute? Und Bret Hart wird ihn ja auch so ein bisschen überzeugen. Gunther sagt, nee, also Bret Hart ist ja schon nicht in meiner Liga und du bist ja nicht mal in der Liga von Bret Hart. Ich bleibe bei meinem Nein. Und jetzt ist Bret Hart aber da und sagt, nee, nee, mein Freund du Feigling. Der hat ja gerade eben noch gesagt, Kanadier, die machen sowas nicht oder Calgaryana. Feigling, Feigling und dann gibt es einen kurzen Broder und Gunther zieht sich zurück. Also es bleibt bei einem Nein. Ein Nein heißt Nein beim Gunther. Surreales Segment. Wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, dass wir mal ein Segment bei Raw sehen, wo Walter und Bret Hart zusammen im Ring stehen, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Ich meine, hat ja, wie du schon gesagt hast, die eine oder andere Situation mit Bret Hart hat er schon hinter sich. Darüber wird er auch nicht nachgedacht haben. Aber Bret Hart tritt gar nicht mal so oft bei WWE auf, wie man das denken könnte. Bei irgendeinem Clash at the Castle war mal ein Publikum zu sehen. Ich glaube, sein letzter richtiger Raw-Auftritt, also lass mich lügen, aber der liegt bestimmt schon fünf, sechs, vor Corona, hundertprozentig. Der war ja bei AIW noch geschnitten, hat er doch noch einen Titel hochgehalten. Ja, ganz motiviert. Deswegen, dass Gunther überhaupt so eine Möglichkeit bekommt, mit jemandem wie Bret Hart im Ring zu stehen, gönne ich ihm so sehr. Das Segment, ich fand's in Ordnung, ich fand's jetzt nicht herausragend krass. Bret Hart ist halt nicht, war noch nie der Beste am Mikrofon und wird mit dem Alter halt auch nicht besser. Er ist keine Flasche Wein. Gunther hingegen hatte den Spaß seines Lebens und das hat man ihm wirklich angemerkt. Also der war so locker fröhlich am Mikrofon, hat Witze gerissen, sich über die anderen lustig gemacht. Und Sammy ist halt der, er ist eigentlich die Soup des Monats, weil er ist jetzt der Gegner, wo wir alle beim Tippspiel wissen, wofür wir abstimmen. Ich hab übrigens noch nicht nachgeguckt wegen All Elite Wrestling. Das war in Ordnung. Aber was ich richtig gut fand, war, es gab ein bisschen den Brawl, aber es gab auch nicht zu viel, weil genau so schaffst du es, dass es ein bisschen heiß wird, aber nicht zu heiß wird, weil wir haben jetzt noch nicht gesehen, wie jemand auf dem Boden liegt. Wir haben noch nicht gesehen, wie der andere über ihn triumphiert und feiert den Titel vielleicht in die Luft hält oder sowas. Das spart man sich auf und das ist genau das, wie man eine Feder aufbauen muss. Das heißt, insgesamt gibt's den Daumen nach oben für das, was ich gerade gesehen habe. Ja, ach, das war schon okay. Also ich hab ja letzte Woche auch gesagt, ich brauch das mit jetzt nicht zwingend, aber es stört auch nicht wirklich. Es ist schon irgendwie logisch, dass die noch ein Match haben und jetzt noch einen anderen Gürtel und dann wird Gunther gewinnen und dann kommt dann wahrscheinlich dann das hier im Punk rein oder wer auch immer. Und Bret Hart, ja, es ist halt die große Legende. Also es gibt nicht viele. Und dadurch, dass er so selten da ist, macht er sich ja noch zur größeren Legende. Einige sind ständig da und da spürt man das dann gar nicht so, diese Aura dahinter. Und man muss noch sagen, also egal, wie das jetzt damit passiert ist mit Goldberg, aber der arme Mann hat, ich glaub zwei Schlaganfälle gehabt dadurch und das ist natürlich auch noch in ihm verankert, dass er eben jetzt noch etwas weniger den Showman raushängen lassen kann als früher. Deswegen kommt das nicht ganz so kurz malisch rüber, aber das spielt ja gar keine Rolle. Der Mann geht auf die 70 zu. Der ist 67 Jahre alt. Ja, also wunderbar. Also Wrestling wird er nicht mehr hoffentlich. Das war ja damals, der ist ja nochmal zurückgekommen, dieses unsägliche US-Title-Match mit Vince McMahon. Das war gegen McMahon war kein US-Title-Match. Der war nochmal United States Champion, der Mann. Ja, genau. Da hat man die ganze Geschichte von früher nochmal warm gemacht. Soll jetzt nicht darum gehen, geil, dass Bret Hart wieder da war und geil, dass jetzt Gunther mit Bret Hart im Ring stand. Das war schön. So, jetzt geht der Braun Breaker, geht weiter. Der war ja gerade eben bei Braun Strowman. Jetzt ist er bei Pete Dunne angekommen und er sagt fast butsch. Das ist nicht nett. Pete Dunne sagt, heute gewinne ich gegen dich oder dieses Match. Morgen gewinne ich gegen Trick Williams, auch bei NXT. Dann werde ich NXT Champion und dann werde ich auch noch IC Champion Pete Tubels oder so. Und Braun Breaker sagt, nee, du wirst dich hinterfragen, warum Braun Breaker so stark war. Ich wünsche dir viel Glück. Und jetzt ist es ganz lustig, denn Braun Breaker geht und auf einmal kommt Sheamus von hinten mit so einer Schalalala. Das ist jetzt sehr persönlich. Der haut dem Pete Dunne eine rein. Das heißt, der Sheamus hat auch noch vergessen. Drei Fronten jetzt für den armen Mann. Wie soll er das denn meistern? Ja, ich weiß nicht, was Pete Dunne gemacht hat, aber entweder hat er um sehr viel Arbeit gebettelt oder die Leute sagen so, dann zeig mal, was du drauf hast. Du musst jetzt mal überall hinreisen. Mir persönlich gibt es jetzt nicht so viel, weil ich bin jetzt nicht so der, wo ich gesagt habe, boah, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als Pete Dunne bei zwei Shows zu sehen. Aber meinetwegen, wenn er so viel arbeiten will. Ich finde es ja gut, weil ja Leute miteinander verknüpft werden. Aber auch bei Pete Dunne gegen Sheamus, das ist nichts, was ich über drei Pay-Per-Views gestreckt haben, sehen will. Das ist für mich eine Fede zwischendurch und danach gehen die beide alle ihre eigene Richtung. Hoffentlich auf einem höheren Level als vorher. Aber selbst wenn die jetzt gegeneinander fehlen, selbst wenn die danach wieder ein Tag-Team miteinander sind, weil sie so schön gegeneinander gefedert sind. Ich weiß nicht, ob das das ist, wo ich die beiden miteinander sehen will. Ich habe die ja schon so viel miteinander gesehen. Mich greift das nicht bei den beiden. Nee, ich sehe auch keine wirkliche Entwicklung bei Pete Dunne. Also das Match heute, kann ich ja schon sagen, wird er nicht gewinnen. Er wird auch gegen Drew Williams nicht gewinnen und er wird auch gegen Sheamus nicht gewinnen und dann ist er dann auch wieder da in seiner Rolle, die er vorher hatte. Weil er hat halt auch keine Entwicklung. Es ist jetzt so der Pete Dunne, den wir jetzt seit Monaten kennen. Und ich bleibe dabei, ich fand den Butch amüsant. Also auch wenn alle sagen, ja, das will der nicht und er will es ja offensichtlich selber auch nicht. Aber ich fand den Butch, der hatte zumindest mehr Charisma und da habe ich mich gefreut, den Butch zu sehen. Das habe ich jetzt bei Pete Dunne ehrlich gesagt nicht. Ganz im Ernst, wenn sie ihm Nachnamen gegeben hätten, glaube ich, würden wir das alle auch nicht so schlimm finden. Aber das Problem ist halt, WWE hatte schon mal einen Butch und an den muss ich jedes Mal denken. Ich denke mir, wo ist Luke? Wo ist Luke? Das stimmt. Ich hätte ihn Butch Butch Hinsen genannt. Butch, The Butcher Butch Hinsen. Und dann wäre was aus ihm geworden. Ja. Ausbildmäßig sah besser aus. Er hat sich ja wieder zurückentwickelt. Ja, stimmt. Auch das, ne? Ich hätte auch den Butch Butcher Butch Hinsen hätte ich jetzt auch lieber gesehen als statt dieses Match. Ich habe jetzt das Match Dominik Mysterio gegen Dragon Lee für euch. Freut euch drauf? Das wurde ja gerade groß in diesem Redesegment ja kurz einmal erläutert. Es ist mir aufgefallen, ich bin glaube ich auch der Einzige, mir ist aufgefallen, dass damals der Dragon Lee ja mal den North American Title von Dominik Mysterio geholt hat. Ganz anderes Universum. Das ist also wirklich, gar nicht so lange her, aber völlig andere Welt. Und da ist jetzt die Selina Vega auf einmal nicht mehr dabei. Vorher war sie dabei, jetzt nicht. Wir werden gleich erfahren, warum. Es gibt draußen ein Brawl. Kalito lässt das Shirt an. Das ist meine Notiz des Tages. Dominik gewinnt und das Ganze ist komplett irrelevant. Warum kann ich heute nicht reden? Ich weiß es nicht, aber ich meine, man könnte noch erwähnen, dass der Ringrechter abgelenkt worden ist, dass Dominik Mysterio einen wunderschönen Frog Splash bringt, dass Dragon Lee einer der Kandidaten ist, wo ich mir denke, wenn wirklich Raw bei zwei Stunden bleibt, weiß ich nicht, ob dann in der dritten Stunde kein Platz mehr für Dragon Lee ist, aber meinetwegen. Wird ja keiner trotzdem in der dritten Stunde wrestlen. Das sei ihm gegönnt. Vielleicht nehmen die dann auch einfach in der dritten Stunde irgendwie anderes Material für irgendwas, eine andere Sendung auf. Vielleicht kommt der 205 Live zurück. Ja, oder doch Big Bang Theory, nur damit wrestlen. Kann ja sein, so Sheldon gegen Penny oder so in einem Fatal Forward Match. Da fehlen noch zwei. Nein, ist egal, wir spinnen wieder rum, wir dürfen nicht ablenken, meine fünf Minuten sind vorbei, denn jetzt kommen unsere Champions an und zwar Jade Bianca, die gängen so vor sich hin, haben ja gerade gewonnen, freuen sich über ihre Titelverteidigung. Da stehen da auf einmal die Japanerinnen. Eine davon, die hat so ein dickes Pflaster auf der Stirn, womit Kairi Sane offiziell jetzt mehr Inhalt hat als in den letzten zwei Jahren zusammen, weil das habe ich verstanden, die hat Aua da, ne? Io Sky hätte gerne die Gürtel und das war es dann auch schon wieder für den Moment. So erzählt man tiefgehende Storys, wo sich die Leute dann emotional richtig reinbeißen und das nächste Match gar nicht mehr erwarten. Wollen wir wissen, was ist unter dem, was ist unter dem Pflaster? Will ich wissen. Dann brauchst du nur einen Twitter-Account, ehrlich gesagt. Hat die das gezeigt? Ja. So eine kleine, so eine kleine, mit so, es geht halt. Also das, was Donald Trump am Ohr hatte, hatte sie jetzt da oben auf der Stirn. Der hat nix am Ohr! Nix! Das ist verheilt. Ja, so schnell. Das ist das große Duell, ne? Das über Politik, nein, das nicht über Politik, das wollen die Leute nicht. Ich gucke mir das auf alle Fälle an, aber jetzt habe ich ein Match für dich, mein lieber Wirtel. Und zwar, auf der einen Seite ist die Dangerous DeVille Group zu dritt. Das ist ja auch angekündigt worden. Ich sage ja nicht, wie die wirklich heißen. Und auf der anderen Seite ist Celina Vega und Lyra Valkyria. Und da, deshalb hat Celina Vega ihre Jungs nicht unterstützt und deshalb haben die vermeintlich auch verloren. Und jetzt ist die Frage, wer ist die Mystery-Partnerin von Celina Vega und Lyra Valkyria? Ich habe so auf Tamina gehofft. Ich hätte alles stehen und liegen gelassen, wenn Tamina gekommen wäre. Oder Schotzi im Panzer. Meinetwegen auch Kamala Harris oder so. Und jetzt bin ich aber auch doof, Wirtel. Du hast mich gar nicht korrigiert letzte Woche. Ich habe hier letzte Woche was von Cavalry erzählt, von der Cavalry. Ich habe fleißig Pferdewitze gemacht, weil ich Cavalry verstanden habe. In Wahrheit hat die aber Calgary gesagt. Das geht auf meine Kappe. Und dann hätte es ja klingeln müssen. Denn es ist natürlich Natalia. Ist das nicht schön? Ja, hätte klingeln müssen. Ich hätte dich vielleicht auch letzte Woche daran erinnern können, wenn ich da gewesen wäre. Stimmt, TJ. TJ ist schuld. Ich schreibe das eben den TJ, dass der mich hätte erinnern müssen. Also ich sage, wir haben Pferdewitze gemacht, weil du hörst das jetzt zum ersten Mal, hör dir die Review nochmal an. Das war wirklich sehr lustig. Wir haben über Cavalry geredet statt über Calgary. Willst du in der Zeit, wo du mit TJ schreibst, soll ich kurz das Match zusammenfassen, was passiert ist? Nein, das habe ich nämlich. Also Natalia ist jetzt da und Natalia ist eine coole Wrestlerin. Und wie sagte einst Heinz Pieper bei Dinner for One? Natalia, den Namen dieses alten Geschlechtes verschweigen wir aus Gründen der Diskretion. Miss Natalia ist nicht mehr die allerjüngste und hat ihre besten Freundinnen auf der ganzen Welt längst überlebt. Das weitere Match ist nicht interessant, es ist völlig ohne Belang. Und am Ende gibt es einen Triple-Sharpshooter und alle freuen sich. Das war das Match, Virgil. Jetzt darfst du das Match nochmal erzählen. Es war nicht mal ein Triple-Sharpshooter, weil Lyra Vakuri hat das nicht hinbekommen. Sie hat nur ein Single-Leg Boston Crap gemacht, aber trotzdem haben alle gleichzeitig aufgegeben. Ringrichter war es auch vollkommen egal, wer legal ist oder wer nicht. Die Leute haben sich gefreut. Hier wurde sechs Minuten ein bisschen gecatcht. Und wen hat es weitergebracht? Mal ganz im Ernst. Die Dangerous Deville Group kannst du in den Müll schmeißen jetzt sofort. Die Tag-Team-Titel sind nichts wert. Die ganzen Tag-Teams interessieren niemanden, die da sind. Also, ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe nicht, wer sich denkt, das ist gutes Booking, das sind gute Geschichten. Das ist alles irrelevant. Irrelevant. Kein Mensch wird sich daran erinnern in zwei Monaten. Nichts. Natalia, hallo. Das ist eine Weltrekordlerin, mehrfach. Weißt du, das war übrigens ihr erstes Match seit, lass mich ganz kurz nochmal nachgucken, ich glaube drei Monaten und weißt du, wer ihre Gegner in ihrem letzten Match war? In ihrem letzten Raw-Match. Entschuldigung. Ja, Raw. Du wirst niemals drauf kommen. Nie im Leben. Tegan Nox. Kiana James. Wo ist die eigentlich? Oh, Kiana James. Das ist interessant. Ich habe zu Kiana James gelesen, offenbar ist sie verletzt für sechs Monate. Hat man uns nur nicht gesagt. Ist aber nur ein Gerücht. Dann gute Person. Ja, vielleicht nach dem Match mit Natalia. Kann ja sein. Nee. Sie hatte noch eins gegen Izzy Dame. Sie hatte noch eins gegen Izzy Dame bei NXT. Ach so, ja, das war auch bei NXT dann. Ja, Izzy Dame ist auch eine tolle, ne? Ja. Wie ist das? Und Danny Palmer hat keinen Wikipedia-Eintrag. Das haben wir ja im Sommer festgestellt. Guckt euch das nochmal an, ne? Spotfall-Stream-Highlights, ne? So, Backstage gibt es dann noch mehr große Freude bei den dreien und es gibt eine innige Umarmung mit Uncle Brad. Der musste ja auch dabei sein. Deswegen war der ja da. Der wollte ja seine Nettie nochmal kämpfen sehen und so, ne? Aber das klingt jetzt so, als wenn er fast stirbt. Nee, nee. Der wollte sie catchen sehen und der freut sich voll drauf, nächste Woche mit ihr zu grillen. Was grillt man denn wohl in Kanada? So. Lachse. Pferde nicht, definitiv. Weil die lieben ja Gäler. Nee, die Kavalerie war Blödsinn. Jetzt lass das mal. Wir haben doch schon festgestellt, dass irgendwie Cagary und so ganz viel mit Cowboys und dem ganzen Scheiß. Deswegen heißt das Ding Settel rum. Das macht total Sinn mit Kavalerie. Also, einfach so ein Rind drauf, werfen und so lange, bis es zäh ist wie so ein Sattel. Ja. Deswegen heißt das Settel. Ja, nee, egal. Also, Natalia, wirklich gut. Du hast deine Rekordserie ausgebaut. Kommen wir zu etwas Interessanteren. Nee, nee, warte, warte. Ich hab noch eine Frage. Ja. Jetzt, wo Natalia ihr großes Comeback gefeiert hat. Ja. Was glaubst du, wird sie so die nächsten Wochen und Monate machen? Oh, große Geschichten. Wir erwarten uns da. Ich denke, als erstes wird sie sich eine neue Weltbeste Freundin suchen. Beste Freundin auf der allerbesten Welt. Nein, wie sag ich das immer? Allerbeste Freundin auf der ganzen Welt. So viel Zeit muss sein. Also, Natalia wird komplett durchstarten. Wen hat sie denn noch nicht? Lyra by Julia. Hatte sie die noch nicht als beste Freundin? Ja, dann. Tag Team. Tag Team Champions League. Go for it. Tag Team. Und dann rüber zu Jade Cargill und Bianca Belair. Mal ein bisschen anklopfen. Dann kann es vielleicht sein, dass Adam Pearce kommt und sagt, nee, ihr müsst erst mal ein Number One Contender Match gewinnen. Ich kann da echt nicht reden, ne? Gegen die Hexen. Und dann gewinnen die das. Und Schluss. Schon haben wir sie in der Pre-Show. Geil. Ich freu mich drauf. Ja. Ich freu mich auch drauf. Also, auch mit dir. Also, das werden wir überreden. Und wir werden euch informieren. Genauso wie jetzt über das folgende Segment. Denn der Drew McIntyre, der spaziert jetzt an der Alpha Academy vorbei in Richtung Ring. Ich glaube, das hat man nur gemacht, weil man die Alpha Academy nach Kanada geschickt hat, aber nichts für die vorhatte. Deswegen stellt euch da einfach mal hin und grinst und so. Und das hält so ein Gürtel rum, ne? So. Und alles CM Punk. CM Punk. Dabei kommt doch eigentlich Drew McIntyre, ne? Und der sagt jetzt, nee, der CM Punk, der ist jetzt hinüber. Und das Armband auch, ne? Dreimal hat der mich jetzt aus dem Titelmatch gescrewt. Und jetzt sollte das vorbei sein, nur weil der in Berlin alle Ringpfosten abgehauen hat? Jetzt habe ich seine Karriere beendet. Zack. Was bringt die Zukunft? Lass uns drüber reden. Mein erster Hollywood-Film zusammen mit Batista. Geil wird das werden. Ich gucke mir den an, ne? Aber nun. So bis dahin war er erstmal so. Ja, gut, hat er halt gesagt, ne? Ja, er musste sich halt ein bisschen selber feiern. Ich meine, gut noch Werbung gemacht für den Film. Ich finde es einfach so krass, wie man Batista, seitdem er sein letztes Match hatte, auch gar nicht mehr im WWE irgendwie im Kosmos sieht. Also der liebt ja Wrestling immer noch. Ich habe letztens erstmal unglaubliche optische Transformationen, falls du mal ein aktuelles Bild von ihm gesehen hast. Der nimmt es ja mit dem Schauspieler wirklich. Der hat gefühlt 100 Kilo Muskelmasse verloren. Der sieht einfach aus wie der stylischste Opa aller Zeiten, der Mann gerade. Und, ähm, also, war er nicht mal für die Hall of Fame angekündigt? Und dann ist er nie reingegangen? Ja, ja, ja. Das war doch wegen Corona da, ne? Oh ja. Und dann war er dann doch nicht mehr. Aber Corona ist ja auch schon vor Mai. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Hm, da hätte ich nichts dagegen. Können wir jetzt schon spekulieren. Aber es geht doch nicht um Batista. Ich weiß gar nicht, was du ablenkst. Es geht jetzt um Wade Barrett. Mhm. Und das war nämlich geil, weil die Crowd so ganz normal zu ihrem Punk und alle im Jubel und so eine ganz normale Reaktion. Und dann geht er zu Wade Barrett drüber und auf einmal wird es leise. Das fand ich krass, ne? Und dann sagt er so, Wade, du bist doch einer meiner ältesten Freunde. Michael Cole, da wissen wir schon, der hat ja alle angelogen. Aber du warst doch immer die Stimme der Vernunft hier. Warum hast du dich letzte Woche mir in den Weg gestellt, als ich den Ziergang töten wollte? Ich bin enttäuscht von dir. Mach das nochmal und ich werde wütend sein und dann werde ich was unternehmen. Was hat denn der Wade Barrett getan? Und der Wade Barrett steht dann so auf und jetzt kommt Adam Pearce im letzten Moment und verhindert Schlimmeres, ne? Willst du echt mit dem kämpfen? Also da habe ich ja gedacht, meine Fresse jetzt. Wade Barrett, was ist bei dir los? Ich meine, es ist ewig her, dass der gerasset hat. Der Wade Barrett, sein letztes Match, dürfte mit Sicherheit, also der hat ja, seitdem er WWE verlassen hat, ich glaube, der hat nicht einmal independent gerasselt. Der hat nur Kommentar gemacht für englische Ligen. Ich glaube, bei Impact war da auch kurz oder so. Kann mich auch irren. Aber ich glaube, er hat wirklich seit WWE-Zeiten kein einziges Match mehr bestritten. Ich finde es krass. Juckt es ihm nicht in den Fingern? Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt das, also warum dieser Tease, wenn es das Match nicht gibt? Ich würde es sehr schade finden. Wade Barrett kam doch sogar bei, in Berlin hat er doch einen eigenen Entrance sogar mit seinem Entrance-Dean bekommen, ne? Ja, aber Michael Cole auch. Also kriegen die Kommentatoren sowieso. Das wusste ich gar nicht, aber finde ich richtig cool. Also, dass er dann, er macht ja auch jedes Mal dann auch sein Boom und alles. Er macht ja wirklich sein Entrance. Also, juckt ihm das nicht in den Fingern. Ich würde ehrlich gesagt Wade Barrett schon gerne nochmal im Ring sind. Wade Barrett gegen Drew McIntyre, gib mir. Ja, warum denn nicht? Also, jetzt wohl auch Nigel McInnes bei WWE wieder im Ring stand. Also, das kann ja durchaus sein. Ich gucke mal gerade eben nach, wie er ist, Bennett, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie man den schreibt, Doppel-N-Doppel-T, keine Ahnung. Ich kann ja wohl schon mal gucken, ob es Drew Bennett ein Match hatte, mit wieviel N auch immer. Ich kann ja sagen, was stattdessen passiert. Also, mit Wade Barrett war cool. Und jetzt kommt aber Adam Pearce, ich habe was viel Besseres für dich. Ich habe mit CM Punk gesprochen. Ja, er lebt. Der ist doch noch nicht durch. Und vor allem ist er nicht durch mit dir. Und jetzt wird es ein Match geben. Drew McIntyre, CM Punk, Bad Blood. Und zwar in Hell in a Cell. Gut, das war jetzt das, was wir gedacht haben. Aber wenn er es sagt, fand ich es schon nochmal irgendwie cool im Moment. Ja, und, ähm, also ich meine, das wird ja dann hoffentlich der Abschluss von der Fede sein. Und, und es ist das Match, womit wir alle gerechnet haben. Ich glaube, die werden auch wieder abliefern. Die werden auch wieder richtig gegeneinander abcatchen. Und ich freue mich auf das Match. Weil ich glaube, das wird sehr intensiv sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt aber auch, wie es ausgeht. Weil eigentlich dürfen beide dieses Match nicht verlieren. Naja, also CM Punk hat sich ja schon mit Gunther so ein bisschen angefreundet. Und Joe McIntyre ist vielleicht dann weiter auf seiner Zerstörungstour. Also ich denke schon, dass CM Punk gewinnt. Können wir ja noch bei Zeiten diskutieren. Ist jetzt noch ein bisschen früh. Aber, ähm, dass diese Fede nicht bei 1-1 endet, war ja auch ziemlich offensichtlich. Und jetzt, das muss dann aber auch kommen. Also ich finde, viel länger kann man das dann auch nicht strecken. Und dann ist das auch ein guter Abschluss. Ähm, und es ist, wie wir alle vermutet haben. Also man hat ja den Hell in a Cell Pay-Per-View. Äh, eigentlich wollte Triple A schon den abschaffen und sagen, na, wir machen keine Gibi-Pay-Per-Views mehr. Da wissen ja alle, dass es ein Hell in a Cell-Match gibt. Und dann hat er den Pay-Per-View Bad Blood erfunden. Und da haben wir als Wrestling-Fan natürlich gedacht, Bad Blood war doch damals erste Hell in a Cell-Match. Das sagt dann der Joe Tessitore dann auch hinterher. Ähm, deswegen war schon irgendwie klar. Aber ich finde, es hat den Moment ein bisschen größer gemacht. Weil das war jetzt eben nicht von wegen, wir müssen das machen, weil Hell in a Cell ist. Sondern wir machen das, weil diese Fede definitiv am Ende in Hell in a Cell enden muss. Deswegen würde ich da gar nicht meckern. Das ist die perfekte Fede dafür. Und das Match wird auch krass werden. Ich stimme dir da hundertprozentig zu. Und ich meine, es war ja nicht nur beim ersten Bad Blood 2004, das großartige Match Kevin Nash gegen Triple H. Wer erinnert sich nicht? Die beiden besten Freunde, die sich dem Hell in a Cell aufs Maul gegeben haben. Das ist ein unterbewertetes Hell in a Cell-Match. War gar nicht mal so schlecht. Ähm, ganz im Ernst. Und ja, vielleicht war es ein bisschen klar für die Leute, die das alle verfolgen, dass es vielleicht auf dieses Match, vielleicht auf diese Match, vielleicht mit dem Stand von 1 zu 1 hinausläuft. Aber der Weg, die Story dahin, das war doch alles unterhaltsam. Und jetzt kriegen wir einfach nochmal dieses epische Match zwischen den beiden, dass nochmal das alles auf ein anderes Level hebt. Das größtmögliche, also ich meine, das Einzige, wie sie es noch toppen könnten, wäre Three Stages of Hell. Aber muss man nicht machen. Das reicht doch vollkommen aus. Hell in a Cell-Match. Gib den beiden. Gib den drei. Also die werden sowieso 25, 30 Minuten abcatchen. Vielleicht wird ja jemand bluten in dem Match. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich hoffe, dass keiner vom Hallendach fliegt. Shane McMahon ist aber ja zum Glück nicht da. Von daher sollten wir uns da keine Sorgen machen. Ja, ich hatte ja Angst, dass der in London da in Wembley oben von diesem Arch darunter fliegt. Aber hat er nicht gemacht. Nein, das ist wunderbar. Also wenn eine Fede das verdient, dann will ich die. Und es ist eben nicht einfach so, ihr habt ein Match. Und ach, übrigens, das ist ein Hell in a Cell-Match. Deswegen bin ich dafür. Ich habe nachgeguckt, Hell in a Cell-Match ist der beiden. Wir können ja ein bisschen Sommerquiz machen einfach so. Wir wissen ja nicht, ob du raus bist oder so, aber ein bisschen üben. Nenn mir doch mal Hell in a Cell-Matches mit CM Punk und oder Jim McIntyre. So eine kleine Liste. Jetzt brauchen wir Musik. Fällt dir ganz ein? CM Punk? Die Musik so? CM Punk hat das schon Hell in a Cell-Matches? Vier an der Zahl. Vier? Er hat eins gegen Cena. Ist zur Hälfte richtig. Ist noch jemand drin? Ja. Schlimmer Thread? Ja. Alberto Del Rio. Alberto Del Rio, da haben wir eins. Hat er verloren. Drei noch. Aber schon mal gut. Weiß ich nicht. Ja, wir haben eins gegen den Undertaker, hat er auch verloren. Und jetzt hat er zwei gewonnen. Eins gegen Ryback und eins direkt danach gegen Ryback und Paul Heyman. Als Paul Heyman die ganze Zeit oben stand mit seinem Kendo-Stick. Das ist die Geschichte 2 zu 2. Und Drew McIntyre hat seinen WWE-Gürtel damals gegen Randy Orton verloren. Hätte er in den Saddam Thunderdome. Da war das noch gewesen. Und danach hat er gegen Bobby Lashley verloren. Also 0 zu 2. Vernichtende Statistik, hat der Joe Tessitore gesagt. Da muss einiges aufzuholen sein. Viel Glück. Ja. Ich dachte, du wärst so gut. Müssen die Leute jetzt echt mal auf den Streamhaller-Kanal gucken, ob du überhaupt gewinnen konntest gegen Steini mit diesem Nichtwissen, was du hier präsentierst. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich kann dir Sachen aus den 90ern erzählen. Aber denkst du, ich merke mir A, Rybacks Main Event Run? Nein, auf gar keinen Fall. Und B, irgendwas aus dem Thunderdome? Nein. Na gut, ist eine Ausrede. Und wenn wir schon bei Sachen sind, die uns nicht interessieren, lass uns über Karrion Kross reden. Der steht jetzt Backstage mit The Miz. Und dann sagt der Karrion Kross, du bist so schlecht im Moment gerade. Können wir dir helfen? So vom Final Testament. Wir nehmen ja Leute auf. Und dann sagt Xavier Wutz, was machst du denn da? Hör mal auf mit dem Scheiß. Und Karrion Kross sagt, ja, viel Spaß mit der Kofi-Situation. Und dann geht er auch. Dann ist er zum Glück weg. The Miz sagt, ja, komm, ich verstehe das schon, Xavier. Klar, das ist ja meine Masche. Ich fall da nicht drauf ein. Keine Angst. Aber ich muss ja irgendwie meine Legacy wieder aufbauen. Und dann geht er auch weg. Und jetzt kommt Kofi Kingston vorbei und sagt, wir haben nächste Woche ein Titelmatch. Ist das nicht schön? Ja. Mir ist noch aufgefallen, Odyssey Jones ist einfach weggeglitscht. Der war gar nicht mehr da. Ich glaube, der ist entlassen. Ja, so gerüchteweise. Also es gibt Vorwürfe der häuslichen Gewalt, was immer da dran ist. Mein letzter Stand war, da ist nichts offiziell, aber man hat ihn offensichtlich entlassen oder zumindest suspendiert erst mal. Ich freue mich schon auf das Video von, weiß ich nicht, ob Perky eins macht oder sonst. Irgendeiner der YouTuber, die es so draußen in Wrestling Deutschland gibt. Erinnerst du dich an diese 10 WWE-Superstars von vor 15 Jahren? Odyssey Jones. Also mal ganz im Ernst. Der war mal da. Das ist ja auf demselben Niveau, so wie wir ist coming, Alter. Anderthalb Jahre, zwei Jahre, zweimal gedraftet, dann ist er endlich für eine Woche da. Und dann, ich meine, klar, wenn du Scheiße baust, irgendwann holt dich das vielleicht irgendwann wieder ein. Also von daher, verhaltet euch doch einfach anderen Menschen korrekt gegenüber. Übertretet keine Grenzen. Nein heißt nein. Alles in Ordnung. Gut gemeinte Grüße nach Frankreich an dieser Stelle. Und was sagst du dazu? Titelmatch? Ist das schön? Nächste Woche bekommen wir tatsächlich New Day gegen die amtierenden Champions. Wer immer das ist. Ich glaube, das sind immer noch Judgment Day. Ich glaube, die haben seit zwei Monaten ihre Titel nicht mehr verteidigt. Und ich glaube, es interessiert mich nicht, weil ich weiß nicht mal, wie oft New Day inzwischen Tag Team Champions waren. So oft, dass es mich nicht mehr juckt. Ja, nee. Gucken wir uns an. Nächste Woche freuen wir uns drauf. Jetzt habe ich noch ein anderes Match für dich. Ich würde das werden immer besser. Denn jetzt ist WWE Hall of Fame Ray Mysterio im Ring angekommen gegen Finn Balor. Alle anderen sind vom Ring gebannt. Die dürfen nicht kommen. Damien Priest und Rhea Ripley sind im Krankenhaus. Deswegen können die gar nicht mehr kommen. Da wird uns gesagt, Finn Balor am Ende bearbeitet den Ray in den Seilen und dann setzt er so einen Lecklock an, so einen Halbbosten, irgendwie sowas. Setzt das an und dann wird er disqualifiziert, weil er nach fünf Sekunden nicht loslässt. So einer ist das. Großer Sieg für Ray. Danach gibt es vom Finn aber noch einen Dropkick vor den Ringpfosten. Dann gibt es einen Dropkick vor den Ring und dann ist aber wirklich einer richtig, richtig sauer. Hinterher gibt es noch eine Botschaft von Finn Balor und allen anderen. Das kann euch allen passieren. LWO Terror Twins sucht euch aus und wer bleibt überhaupt erst? Denn da sind verschiedene Matches angekündigt und diese Fede ist richtig heiß. Also Judgment gegen LWO, das ist die Fede des Herbstes jetzt, oder? Also nein, aber ich fand es ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass man jetzt ein bisschen versucht hat, Finn Balor ein bisschen mehr so Feuer zu geben. Das war so ein bisschen, also ich meine, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir Raw gucken oder auch wenn wir PLEs gucken, gehen sie mit Finn Balor wieder in eine 180-Grad-Rechnung. Manchmal ist er der Drahtzieher, der die anderen vorschickt und dann einfach nur schämlich am Mattenrand grinst und lacht und so weiter und so fort. Und jetzt wollen sie mir hier wieder zeigen, oh krass, was er für ein harter Hund ist. Ich meine, das DQ-Finish, dass jemand den Griff nicht hält und dann der Count durchgezogen wird, wie oft hast du das in deinem Leben gesehen, dass dann wirklich bis fünf gezählt wird und das ist eine DQ? Also ich muss dir sagen, das war vielleicht das dritte, vierte Mal in meinem Leben. Ich habe das noch nicht so oft gesehen. Von daher vielleicht mal ein bisschen was Kreatives. Aber juckt es mich jetzt, dass da Rey Mysterio zusammenschlägt, der sowieso, seitdem er wieder da ist, überhaupt gar nicht mehr relevant ist, außer er hat irgendwas mit seinem Sohn zu tun? Sonst juckt sich doch kein Mensch auf der Welt, der in den Film gerade. Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich kein bisschen. Was? Also warum man den Rey Mysterio so sideline? Ich verstehe das kein bisschen. Du hast da eine Legende, die seit 40 Jahren in den Ring steigt. Der könnte andere Leute so krass weiterbringen, aber muss sich in fünf Minuten von Finn Balor zusammenfalten lassen, damit der gepusht in ein Match gegen Damien Priest geht, was er sowieso verliert. Ja. Da stelle ich seine Mexikaner drumherum und von denen wird keiner overgehen. Als ob so ein Joaquin Wald mal irgendwann was wird. Ja. Dragon Lee vielleicht, aber der verliert ja auch gegen den Sohn von Rey Mysterio. Ja, das funktioniert nicht. Wir haben keinen Spaß. Wir sind angepisst. Lass uns lieber zum Main Event kommen. Gucken, ob wir dann angepisst sind oder auch nicht. Interview jetzt mit Ilja Dragunov. Jetzt letzter, der noch dran ist. Meine größte Chance, sagt er, das wird schwer, aber ich werde mir den Preis holen und dann werde ich mit Braun Breaker abschließen. And say his name and he appears. Und dann kommt Braun Breaker. Vergiss das, wir haben kein unabgeschlossenes Business. Ich habe dich bereits geschlagen und ich tue das wieder. Und dann kommt Jey Uso vorbei und sagt Yeet. Also er sagt es nicht, aber es fühlt sich wie Yeet an. Das war das letzte Interview und da möchte ich jetzt mal sagen, Braun Breaker heute in dieser Folge hat mir gut gefallen. Also der ist zu jedem gekommen und der hat immer irgendwie was, also nicht was so peinlich war, was er gesagt hat, sondern immer irgendwie einen Punkt gehabt und der kam ja auch als Guter, ehrlich gesagt, rüber. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch der Megaböse ist. Ich fand, der hat dadurch gewonnen und der braucht dann auch kein Match als Champion. Wie fandst du das? Nö. Also vor allen Dingen muss auch ein Champion nicht jede Woche sein Titel verteidigen. Das ist ja nicht der TV-Title, das ist immer noch der Intercontinental-Title. Und ich bin schon, also ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn du ab und an mal ein Titelmatch präsentierst, aber ein Titelmatch bedeutet ja auch mehr, wenn du eine Fede darum hast, wenn du irgendwie eine Geschichte darum hast, wenn sich jemand einen Titelkampf verdient hat vielleicht auch. Also auch wenn der Intercontinental-Title ein Workhouse-Titel ist, meiner Meinung nach kann man sich das schon verdienen. Was mich halt so ein bisschen stört an der Sache mit Braun Breaker gegen Ilya Dragunov, die drehen sich halt auch die Geschichte so, wie sie es haben wollen, weil es gab ja auch schon Matches 1, 2, wo Ilya gewonnen hat, auch wenn es durch die Q war. Also ist nicht so, dass Braun Breaker ihn jetzt fertig gemacht hat und das war das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Die haben 2022 schon gegeneinander gerasselt. Also entweder erzählst du die Geschichte, wie sie richtig ist, dann stell die beiden aber auch auf Augenhöhe da und dann stell auch Ilya da als jemandem, wo er sagen kann, ich habe dich schon mal besiegt, vielleicht besiege ich dich das nächste Mal um deinen Titel. Ist doch viel spannender. Für Braun Breaker aber fand ich, war es ein sehr, sehr gelungener Tag. Und ich finde es gut, ihn in der Rolle zu sehen, wie wir sonst eigentlich eher, erinnere dich mal an einen Seth Rollins, der damals mit vielen Leuten einfach verbandet war, immer wieder Geschichten mit anderen Leuten hatte. Gunther ist jetzt gefangen in der Sami-Zayn-Sache. Braun Breaker übernimmt aber die Rolle des Strippenziehers und mit allen irgendwie. Das finde ich gut, wenn du da jetzt noch einen Shameless mit reinpackst, wenn du da jetzt noch einen Ludwig Kaiser vielleicht noch mit reinpackst. Du hast da um den Intercontinental-Title krasse Leute, die wirklich da mitarbeiten könnten. Ist schon eine coole Division, aber es ist halt noch längst nicht auf einem Gunther-Niveau, aber das kann ja noch kommen. Also Braun Breaker steht am Anfang, das heute war okay. Die anderen war auch okay, das Match war auch okay, es ist sogar mein Match of the Night, das hat schon Spaß gemacht. Fatal 4-Way jetzt im Main Event, Jay Uso gegen Ilya Dagonov gegen Pete Dunne gegen Braun Strowman und der Braun Strowman, der hat Aua die ganze Zeit, weil er ist ja immer noch weggezunamiert worden. Und der versucht mehrfach den Zug anzuschmeißen und rumzurennen, der wird ja immer ausgeschaltet und am Ende wird er sogar von allen ausgeschaltet. Und die anderen, die catchen so vor sich hin, das ist ganz schön und dann kommt Braun Strowman zurück und jetzt räumt er auf. Die Rippen, sie leben wieder, sie sind alle komplett. Der Zug jetzt gegen drei und jetzt aus dem Nichts, Braun Breaker steht so und steht so vor dem Pult und aus dem Nichts kommt der Tsunami. Bam, Braun Strowman, wo kommt der denn her? Aus dem Nichts durchs Pult durch. Das war mega krass. Ja, und dann kann sich der Braun Strowman nur noch wehren, indem er danach, nee, das macht er gar nicht mehr. Vergiss es, was ich gesagt habe. Sag lieber was selber. Ich habe mich in der Zeile vertan, aber ich würde sagen, so kann man Fäden heiß machen, Wörter. Kann man, aber kannst du ihm erklären, warum er seine Gier anhatte? Ja, weil er das geahnt hat, weil er vielleicht als Substitute reinkommt. Also wenn er dann ganz ausschaltet, dass der Ref dann sagt, komm mal rein, wir brauchen einen vierten Mann. Könnte sein. Okay, das ist, Kayfabe ist strong bei dieser Antwort. Also Respekt. Die war wirklich sehr, sehr stark. Aber wenn wir bei dem Vorhang aufziehen, also irgendwo wird er sich ja umgezogen haben. Hat ihn da keiner gesehen? Hat ihn in einem Pierce da nicht gesehen? Und hat gesagt, warum ziehst du dich um? Du hast heute kein Match. Du bist eigentlich suspendiert. Du dürftest eigentlich nicht hier sein. Also vielleicht, ich sage dir, was der wahre Grund ist. Er stand da backstage in Straßenklamotten und dann haben ihn die Producer angeguckt und hab gesagt, Digga, keiner wird dich erkennen. Keiner wird wissen, wer du bist, was du da machst und so weiter und so fort. Zieh mal bitte deine Gier an, damit du einen Wiedererkennungswert hast. Und dann ist es eine komplett schwarze Gier. Also ich meine, den Spot fand ich schon cool. Aber wenn du den hinterfragst, macht der eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ist jetzt auch nicht die Feder, die ich unbedingt jetzt weitersehen will für den beiden. Ich frage mich, wie es halt gewesen wäre. Bron Breaker, nee, Bronzo Reed hat doch verpasst, weil er Corona hatte. War das richtig? Ja, hat er die Woche nicht, sonst wäre er in dem Qualifier drin gewesen. Das hätte er dann wahrscheinlich auch gewonnen. Ich frage mich, wie das Match verlaufen wäre, wenn er drin gewesen wäre. Das frage ich mich wirklich. Also ich will nicht sagen, dass Strowman jetzt hier irgendwie störend war. Ich fand auch, dass es das, also ganz im Ernst, die haben 20 Minuten bekommen. Ja, das ist schon eine ordentliche Zeit für die beiden, wenn es nur noch zwei, für die vier, wenn es nur noch zwei Stunden Raw gibt, gibt es diese 20 Minuten nicht mehr. Aber das war ein ordentliches Match. Das war ein ordentliches WWE Fatal 4-Way-Match zwischen vier Leuten, wo sie vielleicht ein bisschen Foreshadowing bei einer Person im Vorfeld gemacht haben. Aber ich würde schon sagen, dass die Spannung drin war. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass man vielleicht Ilja nochmal einen großen Sieg gibt. Vor allen Dingen jetzt nach dem Bash in Berlin, wo er jetzt nicht so die prominente Rolle gespielt hat, dass man ihn dann vielleicht nochmal ein bisschen hochschiebt. Ist leider nicht passiert. Ich kann aber auch generell erstmal mit dem Match leben. Das passiert ist, mir hat es Spaß gemacht. und für mich wäre es auch das Match-Up genannt. Ja, ja. Ich habe mich gar nicht in der Zeile vertan. Ich habe mich vertan, das war ja der Rowan, der mit der Barrikade gehauen hat. Ich hatte ja diesen krassen Barrikadenspot noch im Kopf. Das war ja der Rowan, das war ja gar nicht der Braun Strowman. Nein, nein. Es war dieser Tsunami gerade. Ja gut, wenn man Gehirn ausschaltet, meinetwegen. Also kann ja sein, dass das nicht so schlau ist, dass der Händenring hier kommt. Es ist halt Wrestling. Aber ich fand, und das wollte ich sagen, diesen Spot einfach. So aus dem Nichts, ich habe nicht damit gerechnet und es sah cool aus. Einfach da durch den Pult, durch das Pult durch von dem Tsunami. Und ich finde, sowas macht wirklich fetenheiß. Also jetzt würde ich schon sagen, ich habe Bock auf noch ein Match zwischen den beiden. Da wird nicht viel mehr rumkommen. Aber wenn am Ende Bronson Reed da wieder stark rausgeht und dann doch nochmal auf Brombräcker oder wie noch immer geht, dann kann man den schon aus dieser Tagessuppenrichtung rausholen. Das fand ich dann ganz gut. Aber im Match geht ja noch weiter. Jetzt sind noch die drei im Ring. Bronson ist weg. Ilja wird jetzt weggespiert. Der Pete Dunne will abstauben. Das klappt aber nicht. Da gibt es eine H-Bomb an Pete Dunne vom Ilja. Jey Uso geht jetzt dazwischen der Splash drauf und Jey Uso gewinnt tatsächlich. Brombräcker kommt noch ganz kurz rein. Kleine Zeitprobleme, er hält seinen Gürtel hoch. Raw geht auf Er. Das heißt, Jey Uso wird jetzt bald auf Brombräcker treffen. Und ich würde sagen, das haben wir beim Gunther auch schon mal gehabt. Gunther gegen Jey Uso einfach mal so reingeschoben. Mit dem Titelwechsel rechnen wir sowieso nicht bei einem von diesen vier Kandidaten. Und dann finde ich das gegen Jey schon noch mit das Interessanteste. Auch wenn der Jey seit Wochen und Monaten nichts zu erzählen hat, aber er ist wieder da. Jey, Jey, Jey. Und die Leute rasten aus. Also durch das gesamte Match haben sie ihn am meisten angefeuert, weil er, ich meine, Braun Strowman, der war mal Champion, World Champion. Und der tanzt mit den Mitkatern im Prinzip rum, weißt du? Also da merkst du einfach, was sein Status bei WWE ist. Pete Dunne, komm. Also Mr. NXT und Raw gleichzeitig, dass er nicht gewinnt, war schon klar, dass das Match angesetzt worden ist. Für die Fans hat der richtige Mann gewonnen. Ich würde schon Jey Uso immer noch diesen Singles-Title einfach mal gönnen, weil ich glaube, der Pop wird schon enorm. Aber ich will auch Braun Breaker jetzt noch nicht verlieren sehen. Das wäre tatsächlich was, wenn die da Futter mir drin geben. Eben weil die beiden die Geschichte haben. WrestleMania 9, Hedge-Shrinkers gegen die Steiner Brothers. Es gab die Duelle schon, Leute. Die Familie ist verwandelt miteinander. Da kann man eigentlich viel reinmachen. Das könnte unsere Intercontinental-Title-Fede für den Rest des Jahres sein. und so ein, zwei Titel wechseln. Würde ich gar nicht so schlecht finden. Weil es muss nicht jeder 400-Tage-Champion sein. Nee, ach, das sowieso nicht. Das ist ja so ein Irrglaube, dass man sagt, wer den Mega-Champion besiegt, der muss dann auch selber Mega-Champion sein. Nee, war Sami Zayn auch nicht, war auch okay. Dann kann man auch irgendwann Jimmy reinbringen. Ja, wenn der eine Uso nicht, dann halt der andere. Und dann kommt nochmal Scott Steiner vorbei und grüßt mal herzlich. Ja, das kann ja sein. Ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, aber ich gehe auch sehr stark davon aus, dass der Frontbreaker bleibt und sollte ja auch Champion bleiben. Ja, Raw geht zu Ende. Nun gebt euch die Hände. Eine Folge, Virtual, die jetzt nicht so weltbewegend war, aber ich fand sie jetzt auch nicht schlecht. Wie fandst du die Folge? Ja, ich fand sie insgesamt auch in Ordnung. Ich finde halt, ich habe ein bisschen das Problem damit, wann ist Bad Blood? Ich glaube, 5. Oktober ist das, ne? Genau. 5. Oktober. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Monat bis dahin. Wir haben einen Monat bis dahin. Wir haben also knapp 4 Wochen. 3 Folgen haben wir noch. Genau, wir haben noch 3 Folgen. Heute wurde sehr viel, habe ich das Gefühl, von der Card sehr, sehr dingfest gemacht, was da stattfinden wird. Im Prinzip kannst du dir vorstellen, also klar, die könnten Jey Uso gegen Braun Breaker jetzt vor Bad Blood schon raushauen. Vielleicht wird Bad Blood auch wieder eine Show, wo nur 5, 6 Matches drauf sind und das war es dann. Aber ich finde, wir sind dafür, dass so viele Matches angesetzt worden sind, frage ich mich, was wollen sie in den nächsten 3 Wochen erzählen? Und das ist keine, ich bin gespannt darauf Vorfreude, sondern ich habe ein bisschen Angst, wenn man jetzt schon bei dieser Folge das Gefühl hätte, wie zum Beispiel bei der Fede zwischen den Terror Twins, Judgment Day, dazwischen noch die LWO, die da irgendwie noch eine Rolle spielt. Wenn wir uns jetzt schon an einem Punkt befinden, wo ich das Gefühl habe, man erzählt nicht viel, man füllt ein bisschen Zeit und bald steht ja dann das Match ab, hoffe ich. Aber ich glaube, wir sitzen auch jedes Mal so in der Zeit vor dem Paper View, so 2, 3 Wochen vorher sitzen wir auch hier und fragen uns, wie wollen sie die Zeit füllen? Und die kriegen es aber trotzdem immer irgendwie hin. Und dann sind wir trotzdem irgendwie immer heiß auf die Matches. Also was meckern wir eigentlich? Insgesamt würde ich schon sagen, war das noch eine gerade so brauchbare Raw-Ausgabe. Ich finde, da waren zwei ordentliche Matches dabei. Der Opener war absolut ordentlich. Main Event war absolut ordentlich. Braun Breaker hat mir Spaß gemacht während der Show. Das Segment mit, Bret Hart war super in meinen Augen. Mit Drew McIntyre war vollkommen in Ordnung. Insgesamt, ich habe schon einige Sachen, die mir gefallen. Aber ich glaube auch nicht, dass das eine Raw-Ausgabe ist, an die wir uns großartig erinnern werden. Nö, ach, da stimme ich dir fast einem zu. Also Bret Hart zu sehen und Bret Hart mit Gunther im Ring zu sehen, das war natürlich ein Mega-Highlight. Und die Show selber, also wenn ich jetzt erinnere an die Sachen vor dem Summerslam oder diese vielen Wochen, wo wir, glaube ich, zwei-, dreimal Boxstack hintereinander gegeben haben, ist es schon ein Rückschritt irgendwo. Aber es ist immer das Gleiche, was ich immer sage. Wir müssen jetzt wieder auf den Survivor Series hinarbeiten und ein bisschen wieder runtergehen vom Gas. Und dafür ist das immer noch eine brauchbare Show, die mich jetzt nicht genervt hat oder gelangweilt hat. Ist auch ein paar Segmente vielleicht, aber es ist immer noch eine sehr gute Wrestling-Show. Deswegen habe ich da gar kein Problem mit. Und meine Theorie, ich erwähne es nochmal, ich gehe davon aus, dass SmackDown, die ja jetzt auf dem US-Network starten, USA-Network am Freitag, dass es da jetzt wieder ordentlich losgehen wird. Dass man so ein bisschen wieder sagt, komm Raw, ihr macht jetzt ein bisschen Sparflamme und jetzt geht es aber rüber zu SmackDown. Ich hoffe auch für den Chris, dass der bei SmackDown mal ein bisschen was zu sehen kriegt. Wenn Roman Reigns kommt, vielleicht The Rock oder wer auch immer. Dass man da mal was aufbaut. Also möglich ist, glaube ich, im Moment einfach alles. Und wenn du dir auch anguckst, ich meine, wer hätte denn nach dem Montreal Screwjob überhaupt nochmal gedacht, dass Bret Hart wieder mit WWE gut verbandet ist. Und dass der einzige Grund, warum das eigentlich der Fall ist, die Ultimate Warrior Self-Destruction DVD ist, weil Bret Hart nicht wollte, dass man mit ihm so eine DVD macht. Dass allein so was möglich ist. Was für eine Star-Power auch einfach da unterwegs ist. Das ist doch einfach, ich bin sehr, sehr gespannt einfach, was in den nächsten Monaten passiert. Ich glaube, vor allen Dingen der Wechsel auch zu Netflix. Ja, also darüber reden wir eigentlich alle noch viel zu wenig, was das alles für WWE und Wrestling auch bedeuten kann. Und auch von, ich meine, wir können nie wieder über Ratings reden. Nie wieder. Die Diskussionen haben sich ab Januar erledigt. Weil wir werden nicht wissen, wie viele Leute Raw gucken. Und es, entweder juckt es dich oder nicht, wie viele Leute AEW gucken. Das ist einfach so krass. Ich glaube, wir können das noch gar nicht ausmalen. Ich bin sehr gespannt, wie sehen die Kader von WWE auch im nächsten Jahr aus, am Ende des nächsten Jahres. Ich bin sehr auf die nächsten Monate gespannt. Ich bin auf die zwei Stunden Raw sehr gespannt. Weil entweder bedeutet das, man packt sehr viel in zwei Stunden oder man lässt Sachen weg. Und ich weiß noch nicht, wen sie da weglassen. Ja, ich denke auch, man wird Sachen weglassen. Also es wird spannend auf alle Fälle werden. Zu Netflix kurz noch ein Kommentar. Also am Ende war ja, als Burnbreaker im Ring stand, war das ja sehr knapp. Das hat man vielleicht drei Sekunden gesehen oder so. Da könnte man auf Netflix einfach nochmal eine Minute überziehen. Da ist das gar kein Problem. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ansonsten ist Netflix natürlich, was Serien angeht, bekannt dafür, auch mal schnell wegzucanceln. Also man macht immer so ein, zwei, vielleicht manchmal drei Staffeln und dann auch erfolgreiche Serien. Dann sind die mittlerweile so teuer geworden, dass man einfach sagt, ja komm, nee, dann machen wir lieber eine neue raus und machen da. Das kann bei Raw ja nicht passieren. Also die Verträge sind ja fix. Und selbst wenn die irgendwann von Netflix fliegen, dann ist ja Raw oder generell WWE in der Lage, wieder einen TV-Deal zu finden. Also keine Angst da, dass da irgendwas passieren kann. Das ist mega spannend und das ist doch schön. Da freuen wir uns doch drauf. Ja, auf jeden Fall. Wie auf dieses Ende dieser Review. Wir sind durch. Ja, wieder mal zu lange, aber das macht ja nichts. Also ich höre mich gerne reden und dich auch so ein bisschen. Ich habe noch eine Match-Empfehlung zum Abschluss, wie immer. Und zwar, lass mal ein bisschen cheaten. Ja, wir cheaten jetzt mal. Wir gucken kommenden Dienstag in einer Woche. Also heute in einer Woche. Normalerweise wird das ja schon zur nächsten Woche gehören. Und zwar Unvergiven 2006 soll es sein an dem Tag. Das ist ebenfalls in Kanada. Und zwar gucken wir uns da den Main Event an. John Cena gegen Edge. Ein TLC-Match. Sehr emotional. Edge in Toronto. Edge ist Champion. Und sollte John Cena verlieren, muss er den Brand wechseln. Krasses Match. Genauso könnt ihr aber auch auf der gleichen Karte das beste Match von Lita und Trish Stretters angucken. Oder aber das äußerst spaßige Head in the Cell-Match mit die Ex gegen die McMans und Big Show. Und ich möchte sagen, wenn ihr noch mehr Zeit habt und immer noch nicht genug Wrestling habt, guckt euch einfach den ganzen Event an. Unvergiven 2006 war eine coole Show. Das wollte ich noch sagen. War das das TLC-Match mit dem Attitude Adjustment durch die ganzen Tische? Ich darf es doch nicht spoilern, aber ja. Ich habe doch nicht gesagt, wer wem Attitude Adjustment verpasst. Ja, eben. Eben. Das könnte von beiden sein. Ja, vielleicht gucken wir diese Pay-Per-View irgendwann mal in der Spotschau. Wahrscheinlich nicht. Ja. Kann sein, vielleicht auch nicht. Ich habe eine Abspann-Gaudi ganz vergessen. Wir müssen werben, wir haben einen Hashtag Abspann-Gaudi. Wir beantworten eine einzige Frage am Ende. Ich habe noch eine Frage, ich habe letzte Woche leider nicht aufgeschrieben. Das ist mein Fehler. Aber davor die Woche hat der Drö wieder gefragt. Der war schon mal, ne? Wann kommt Paul Heyman zurück? Ganz einfache Frage. War der nicht jetzt mit Roman Reigns irgendwie bei... Nein, der liegt doch immer noch im Krankenhaus. Ja, das ist doch... Der war in irgendeiner Talkshow irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo. Das zählt nicht. Die E-Fernsehen, da muss er seine Frage auch spezifisch stellen. Hallo? Wann denn sonst? Das interessiert mich doch nicht, wenn der irgendwo in der Talkshow sitzt. Vielleicht meint er auch ECW, keine Ahnung. Ich gehe... Warte, ich sage dir ein Datum. Ja. Freitag. Glaube ich nämlich auch. Ne, das war noch eine alte Frage. Ich habe tatsächlich die Abspann-Gaudi heute vergessen. Das ist mein Fehler, nicht deiner. Schreibt das den Hashtag Abspann-Gaudi, dann beantworten wir auch eure Frage. Ich in dem Fall erstmal nicht, weil ich mache Pause. Ich brauche Pause. Ich habe jetzt... Sommerquiz machen wir jetzt. Ich mache jetzt nur... Pass auf. NXT morgen. Dann mache ich am Freitag, am Samstag mache ich Smackdown und dazwischen mache ich zwei Halbfinals und das Sommerquiz-Finale. Dann mache ich Pause. Dann könnt ihr mich alle mal im Arsch stecken. Dann gucke ich gar kein Wrestling mehr. Dann gucke ich nur noch Big Bang Theory. Nur zwei, drei Wochen. Vielleicht drei, wenn ich dich so angucke. Du hast so ganz große Augen. Ist das jetzt so schlimm für dich? Ja, ich weiß. Also erstmal habe ich mich an dich gewöhnt. Das ist ja schön. Wenn man jedenfalls nach Hause kommt, und dann denkt, oh, jetzt noch ein bisschen eine Stunde mit Marcel abhängen. Das ist schön. Und ich weiß noch nicht, mit wem ich das dann mache. Also vielleicht wird der TJ vielleicht sagen, komm, ich bin jetzt dabei. Frag den Frankie. Ah ja. Ich frage ihn mal am Wochenende. Der hat bestimmt eine Idee. Ja. Nee, ich bin also zum Wettblatt. Irgendwann bin ich wieder da. Bis dahin müsste er mal ohne mich auskommen. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen und du sagst die letzten Worte. Ich werde dich vermissen. Und alle da draußen auch. Und alle da draußen auch. Absolut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.